Gut, beim letzten Mal haben wir ja im Endeffekt direkt darauf gehört, wo die Nacht sich dem Ende neigte, ihr ja an euren Unterschlupf, eure Schlafstätte zurückgekehrt seid. Ihr habt ja auch noch irgendwie jeder auf seine Weise versucht, über das Albumcover, das Album selbst, die Band selbst, die Musik dahinter etc. irgendwas schon in Auftrag zu geben oder Infos einzuholen. Und wir starten jetzt im Endeffekt wieder am 14.04., sprich die Nacht danach und ihr dürft auf jeden Fall, als ihr jetzt aufwacht, alle mal den Hungerwurf würfeln, wegen dem Aufwachen. Ob ihr hungriger werdet oder nicht. Okay, wie geht das? Ich bin wieder zu blöd. Du öffnest deinen Charakterbogen einfach nur und dann hast, beziehungsweise im Endeffekt brauchst du nur 1W10 würfeln. Achso, Successes. Okay. Genau. Also entweder würfelst du 1W10 oder auf dem Charakterbogen auf der allerersten Seite hast du ganz unten links, im Englischen heißt das Arouse. Da hast du so einen Würfel und dann klickst du da auf und dann würfelt der den. Ich hab Remorse. Was ist das denn da oder? Nee, nee. Zwei da neben. Du hast neben Remorse. Ich muss jetzt noch meinen Charakterbogen wiederfinden. Also ich hab ganz unten Blutschub, Raserei, Remorse, Humanity. Ich bin zu doof, ich hitte meinen Charakter nicht. Ähm, du gehst ganz, wo du den Chat hast, kurz darüber, da gehst du in das, okay. So, und wie heißt das jetzt? Hunger, ne? Genau, beziehungsweise Rouse im Englischen. Ich hab ja nicht durch. Also, ja, erwachen, aufwachen wahrscheinlich. Ähm, ab wann ist das mein D10? Erfolg? Immer ab mit 6. Ähm, Remorse, ja? Nee, nee, Rouse. Success hab ich. Wenn ich Leuten sag, was ich spiel, eine Freundin von mir, die weiß, dass ich heute Vampir gespielt habe, die hat mich gefragt, wann es losgeht, habe ich gesagt, ja, jetzt gleich, wir warten noch auf den letzten, aber da ist er eh. Sagt sie, okay, viel Spaß und schickt mir ein Twilight-Gif. Ähm, also ich hab Blutschub, Raserei, Remorse, Humanity, genau. So, und wo muss ich jetzt draufklicken? Na, direkt im Endeffekt müsste da halt noch der Rouse checkt. Das heißt halt, ihr müsstet vier Auswahlmöglichkeiten da haben. Aber wenn der nicht da ist, dann... Blutschub, Raserei, Remorse, Remorse, Humanity. Dann wird das wahrscheinlich im Deutschen mit Blutschub übersetzt worden sein. Denk ich mal. Das macht dann am meisten Sinn. Ansonsten würfelst du halt ein W10, also einfach in den Chat. Slash, Roll oder R und dann ein W10. Auswecken, aufwecken. Genau, das ist er. Das ist er. Genau. Gut, ihr drei wacht halt auch an euren Orten auf und ihr habt... Und was heißt das jetzt? Ich hab einen Erfolg. Genau. Ah, okay. Da komm ich jetzt dazu. Wie gesagt, ihr wacht halt auf und ihr seid nicht hungriger, als ihr zu Bett gegangen seid. Ihr habt genau nur so viel Blut in euer System gepumpt, dass ihr halt aufwacht, aber nicht zu viel, als das zu wenig Blut im System wäre. Okay. Und dann, ja, erstmal zu Maximilian. Du, ich geh mal davon aus, du wachst ja in deiner Penthouse-Wohnung auf oder im Club. Penthouse. Im Penthouse, okay. Was machst du denn nach dem Aufwachen? Ich mach meine Morgenhygiene oder Abendhygiene. Ja. Gehe zum Kühlschrank und mach mir eine Flasche Wein auf und gieß mir ein Glas ein. Dann nehm ich das Glas und gehe auf meine Terrasse. Ja. Und schaue mir den Sonnenuntergang an. Nee, die Sonne ist schon untergegangen. Wenn du dir den Sonnenuntergang anschauen würdest, das wäre ganz schlecht für dich. Naja, die letzten strahlen mehr oder weniger. Nee, nee, du wachst wirklich auf, als sie schon untergegangen ist. Also ich sag mal, das ist jetzt so 8, halb 9 ungefähr. Es ist jetzt nicht tiefschwarze Nacht, aber die Sonne ist definitiv nicht mehr da. Dann gucke ich mir die Post an. In der Post ist nichts Außergewöhnliches dabei. Da hast du, ja, da alles stinkt normal. Also du hast Werbung dabei. Dann hast du irgendwie Post von der Versicherung, sag ich mal, dabei. Dass sie irgendwie für deinen Club, ist jetzt die Versicherungssumme auf deinen Antrag hin, wurde sie halt ein bisschen erhöht. Weil da, ja, ein Türaustausch zum Beispiel, eine Instandsetzung ist. Du hattest irgendwie mal vor kurzem neuere, hochqualitativere Dinge einbauen lassen. Und da ist die Versicherungssumme halt dementsprechend ein bisschen gestiegen. Ansonsten ist nichts Außergewöhnliches dabei. Alles klar. Dann ziehe ich mich an oder mache sonst alles Mögliche, was so ein Normalsterblicher tun würde. Außer, dass, ja, und dann ziehe ich mich meine Sachen an und dann gehe ich runter in den Club und gucke, was alles da am Laufen ist. Okay. Und frage denn meine Adjutantin oder die Managerin oder meine rechte Hand denn, ob sie irgendwelche Informationen bekommen hat schon über diese neue Gruppe. Das war's. Ja, ja. Als du runterkommst, siehst du auch, dass an deinem Stammplatz, sag ich mal, wo der so ein kleines bisschen erhöht, so ein kleines bisschen für sich selbst, du kannst davon aber den größten Teil des Tanzgeschehens, des Dancefloors, wie man auch so schön sagt, einsehen und du kannst schon sehen, wie da halt der alltägliche oder allnächtliche für dich Papierkram liegt, wie auch eine CD, wie auch eine CD. Und als du da hingehst und dir dann auch die, das halt so anguckst, was erstmal einen Überblick verschaffst, was ist überhaupt da. Und als du auch das eine Blatt Papier so ein bisschen genauer angucken willst, wo die, sag ich mal, wo der Kassensturz von letzter Nacht gemacht worden ist, gerade wo du da ein bisschen dich vertiefen willst, kommt deine Adjutantin auch an und sagt, ah, sehr schön, dass ihr da seid. Ich habe leider schlechte Nachrichten für euch oder für sie. Das hättet ihr gerade eh gelesen, aber ich wollte euch die Nachricht lieber so überbringen. Wir hatten gestern, auch wenn es unter der Woche war, wo immer weniger da sind, aber wir hatten nicht den erwünschten Umsatz, nicht die gewünschte Besuchermenge. Die Besuchermenge ist um fast 20 Prozent gesunken. Und wir wissen jetzt nicht unbedingt, wo dran das liegt. Nicht mal selbst viele Stammkonten sind ausgeblieben. Okay. Und wenn du über den Kassensturz die Abrechnung von gestern auch rüber guckst, dann fällt dir auch mit deinem geübten Auge auf, ja, es ist tatsächlich so ein klein bisschen mehr, 21 und noch was Prozent weniger gewesen, als es sonst so für unter der Woche ist. Das ist schon eine gute Menge auf jeden Fall. Okay. Ich nehme dann meinen Taschenrechner und rechne mal ganz grob aus, was normalerweise benötigt wird, um Plus zu machen, also den Plus-Minus-Faktor mehr oder weniger. Und, ähm... Hey Kai. Hey Ho. Hey. Na, Ben. Und wie weit ist der entfernt? Also wie viel reine Miese haben wir jetzt gemacht? Ähm, reine Miese so ungefähr, ja, 14,5 Prozent. Okay. Dann gucke ich mir an, was wir in den letzten Monaten an Plus gemacht haben. Also generell, um zu überschlagen, wenn das so weitergeht, wann ich den Laden theoretischerweise entweder dicht machen müsste oder, äh, wenn das jetzt häufiger hintereinander vorkommt, ähm, muss ich ja meiner Vorgesetzten, meiner, 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 naja, Erzeugerin, meiner Geschäftspartnerin, ähm, mir auf jeden Fall mal Bescheid geben. Und, ähm, deswegen sag ich ihr dann einfach mal, ähm, also haben wir genug Plus, so dass wir, keine Ahnung, so drei, vier Wochen überleben könnten oder ist das wirklich immer knapp? Nee, nee, also die, die ganzen letzten Monate, Wochen und auch runtergebrochen auf die Tage, sah alles gut bis solid, also solide bis gut aus. Natürlich gab es mal, ähm, ein paar Tage oder auch mal eine längere Durststrecke, so ein, zwei Wochen, wo die Umsätze und nachher die Reihengewinne nicht ganz so hoch waren. Es war allerdings immer im Plus, auch wenn es das eine oder andere mal sehr knapp war. Aber jetzt ist tatsächlich der erste Tag in den letzten, oder der letzte oder der erste Tag jetzt in diesem Jahr, wo wirklich ein Minus gemacht worden ist. Es ist zwar nur für einen Tag, aber dieses Minus für einen Tag ist sehr heftig. Das ist ziemlich heftig und dieses Minus sollte, äh, ja, das, das kann der Klub zwar vertragen, aber für eine längere Zeit, für mehrere Wochen, das sollte nicht vorkommen. Okay, pass auf, alles klar, ich weiß Bescheid, ähm, heute haben wir Dienstag? Dienstag, ja. Dienstag. Okay, wenn das bis Freitag anhält und wir Freitagabend ähm, auch Minus machen, dann will ich darüber sofort Bescheid wissen, das heißt, ich bin Freitag sowieso hier, im Normalfall, ähm, dann werde ich Samstag, äh, Versteckung organisieren. Oder zumindest werde ich dann, Bericht erstatten. Das ist jetzt, also, ich gebe dem Klub bis Freitag Zeit, dass er sich hier holt und wenn das, am Samstagmorgen genauso aussieht, dann werde ich, äh, mit meiner Erzeugerin und meiner Partnerin reden und dann Lüscher einen Schlagplan machen. Vielleicht, wenn ich sie vorher treffe, würde ich es auch vorher schon mal ansprechen. Ja, okay. Gut, gehen wir mal zu einem anderen über. Äh, Kai, äh, würfel mal für Vanessa bitte den Erwachenswohnen. Beziehungsweise wie, äh, Sebastian geschrieben hat, Blutschub heißt es im Deutschen. Ja, ich will mich jetzt auch mal kurz wieder reinfinden. Ja. Okay. Ansonsten gehen wir mal zu, äh, Emanuel über. Ich gehe mal davon aus, Emanuel wacht, also hat in der Kanzlei übernachtet wahrscheinlich, in seinem Büro. Oder hat er woanders übernachtet, geschlafen. Blutschub sagst du? Ja. Ben? Ja. Äh, Emanuel, der, ich gehe mal davon aus, dass er in seiner, in seinem Büro der Kanzlei übernachtet hat. Hat er tatsächlich. Okay. Ähm, ja. Ja, du, du, wie gesagt, du, du wachst halt auf, ähm, bist nicht hungriger geworden als, äh, in der Vornacht. Ist jetzt dementsprechend die Kanzlei, da ist vielleicht nur noch der ein oder andere, der irgendwie, ja, sind, ich sag mal von, sind, zwei Leute sind noch anwesend, kannst du so durch dein halbmilchiges Glas so das Licht irgendwie ganz schwach schimmern sehen. Ist auch fast totenstill, außer wenn du jetzt so wirklich dich anstrengst, dann kannst du so ein bisschen dieses Tippen noch von der Tastatur hören. Ähm, ja, das Licht, das normale, normale Post, normale Arbeit, liegt auf deinem Schreibtisch, ist ein bisschen voller geworden, als du eigentlich gedacht hättest. Ähm, auf den ersten Blick ist alles wie immer. Was, was machst du so? Und, hm, hm, in der Haut von dem Charakter muss man jetzt reinfühlen, irgendwie. Ja, so machen wir das. Ich gehe erst einmal noch penibel durch, ob bei mir im Büro alles ist, wo es sein soll. gesichert, dass niemand da war. So, hab ich schon gelesen. Tagsüber. Es war nicht schrenge Anweisungen gegeben, dass ich nicht gestört werde. Ja, also, du siehst, es war jemand im Büro, weil, wie gesagt, die, die Post, also, die Post für dich liegt auf dem Schreibtisch, wie auch die ein oder andere Akte, die für dich ist halt, ähm, ist dazu gekommen. Aber ansonsten ist nichts angerührt worden. Alles ist noch an seinem Platz, wo es sein soll und wo es war. Gut, dann öffne ich dir mal überfliege es kurz. Die Post. Ja. Ja. Du hast, äh, ja, Post ist alles wie, ja, alles mögliche über mir. Muss man jetzt nichts genaueres geben, wenn irgendwas interessant ist für mich dabei ist, dann schickst du mir einfach, müssen wir deswegen jetzt nicht das Spiel aufhalten. Ähm, es ist nix, äh, groß, bei der Post selbst ist nix interessantes dabei, allerdings liegt ein, äh, eine Notiz dabei, auf so einem, äh, auf so einem Klebezettelchen, ist eine Notiz halt, wo halt draufsteht, dass der, ich hab den Namen vergessen, äh, dass der Staat Staatsanwalt, der für den Fall des Albums beordert worden ist, dass der Karl Häufer heißt. Sehr gut, dann werde ich doch, ja, als Anwalt habe ich doch sicher die, aha, eine Möglichkeit, den Staatsanwalt oder den Bezirksanwalt, ist er Staats- oder Bezirksanwalt? Staatsanwalt, ich hab verstanden, Staatsanwalt. Staatsanwalt, ja. Staatsanwalt, tatsächlich gut. Dann werde ich, äh, werde ich den doch direkt einmal kontaktieren und um ein Treffen bitten. Wie willst du ihn denn kontaktieren? Achso, wir haben ja, wir haben ja gesagt, keine, keine Computer, keine Handys, shit. Äh, keine Smartphones. alles, alles, was mit dem Internet zu tun hat, ist von der Camarilla aus verboten worden. Okay. Aus als Gärts. Natürlich, das heißt natürlich, du kannst es nutzen, nur es sollte halt nicht unbedingt rauskommen dann. Weißt was, ich werde einem, von, wofür habe ich sterbliche Handlanger, ich werde jemanden in der Firma anrufen, ich werde ja sicher einen, einen Sekretär oder einen, äh, oder einen Magistrier Dings oder irgendwas in der Art haben, irgendeinen Assistenten, ich werde den anrufen und ihm eine Nachricht hinterlassen, dass ihr mir doch bitte die Telefonnummer von, von diesem, äh, jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Karl Häufer. Karl Häufer soll einmal raussuchen und mir möglichst bald zukommen lassen und in der Zwischenzeit, oh shit, äh, na, na, hat sich erledigt, ich glaube, ich muss, ich habe geglaubt, ich muss weg, aber ihr habt es mich noch, ja, in der Zwischenzeit werde ich mir, äh, ich habe ja gestern Abend noch die Adresse von dem Plattengeschäft erfahren, wo die CD verkauft wurde. Ich werde mir, na, da nehme ich mir jetzt kein Taxi dafür, ich werde, äh, dort jetzt hinfahren, persönlich. mit deinem eigenen Auto. Ja. Okay. Alles klar. Ja, äh, der Adjutant, ähm, den klingelst du zwar, sag ich mal, wach, der, also, du hörst an seiner Stimme, dass er irgendwie am Schlafen war und er will sich so gerade, so, er ist fast dabei, sich zu verplappern, sprich, sich irgendwie zu beschweren, so, und da hat, oh, warum machst du mich wach, aber in der letzten Sekunde fängt er sich noch und, sagt dann nur, dass er den Karl Häufer, der die Adresse gibt, nach dem 1, 2, 3 Minuten warten gibt, hast du die Adresse von ihm auch erhalten, beziehungsweise, dass er auch um ein Bitten, äh, Treffen bittet und dann machst du dich halt los zu der, zum Plattenladen und der Plattenladen, der ist in Alt-Tripto. Die Adresse hast du, verdammt der Axt. So, ähm, der Plattenladen, der ist hier, da. Gut, ähm, gehen wir mal zu Vanessa über, äh, sorry, zu, zu Alexander, sorry. Jan? Ja. Diese komische Relation Map, wie kann man die aufmachen? Äh, mit dem... Das ist mein Programm, das wir da haben. Äh, ich suche mal aus. Das ist dieses Crossmind, oder wie das heißt. Xmind. Xmind 8 heißt das. Ja. Muss ich ihm das runterladen? Ja, kriegst du kostenlos. Das ist komplett kostenlos, ja. Alles klar, okay. Ja. Gut, äh, Alexandra, wie gesagt, du, du wachst ja auf und, ja, in ihrer Zuflucht dort, ähm, wo es übernachtet hat, sie geht erst mal duschen, kommt dann natürlich ohne, natürlich nur mit, ähm, Handtuch in Haftet, wieder zurück ins Wohnzimmer, wo auch ihr Arbeitslaptop steht. Hm, ja. Ähm, checkt er auch erst mal die Nachrichten, ob ihr Kontakt der Richter, ähm, mit einem Beschluss verfügt hat, dass sie den Fall übernimmt, von offizieller Stelle, äh? Das, ähm, also es, ne, der Fall, der liegt weiterhin bei dem Bearbeitenden, den Staatsanwalt, Karl Häufer. Es wurde bisher noch kein Grund gesehen, weshalb der Fall an dich abgegeben werden sollte. Wie gut kenne ich den? Du hast den Namen schon mal gehört, du hast vielleicht die ein oder anderen Geschichten gehört, dass er Habe ich schon mal mit ihm zusammengearbeitet? Nee, das noch nicht, nein. Ihr seid euch vielleicht auch hier oder da mal kurz über den Weg gelaufen, aber wirklich was mit ihm zu tun, nee, hattest du noch nicht. Okay, äh, dann schnapple ich mir jetzt mal ein gutes, eignetes Nokia 3310 und ruf einfach mal den Richter an. Selbst wenn ich ihn aus dem Bett klingel, ist mir das egal. Es bimmelt und bimmelt und bimmelt und gerade allzu sagst, ah, scheiß drauf, ich lege jetzt auf und versuche ein anderes Mal. Ähm, wird auch abgenommen und dann so, ja, wer, wer stört hier so früh, so spät, spinnen sie? Dr. Talbach hier, Richter, euer Ehren. Ähm, es geht um den Fall mit der komischen Musik, wo er ermittelt wird. Ich möchte mal einen richterlichen Beschluss von Ihnen. Und zwar, dass ich, Sie wissen, dass ich ja noch ehrenamtlich für die Staatsanwaltschaft tätig bin und möchte gerne diesen Fall übernehmen. Sorry, du hast jetzt den Richter angerufen, nicht den Staatsanwalt, ne? Nein, den Richter. Ja, genau, nee, der Richter heißt nicht Karl, Karl Häufer, ähm, Peter Fein heißt der, sorry. Nein, ich habe meinen Kontakt. Ach, dein, er ist Richter, Andreas Pfeiffer. Ja, nee, das habe ich komplett falsch verstanden, ja, sorry. Richter, Andreas Pfeiffer. Ja. Ja. Gut, weil ich die gerade unterbrochen hatte, wofür brauchtest du den, den Richter Abschluss? Dass sie den Fall übernimmt. Okay. Von Seiten der Staatsanwaltschaft. Sie ist noch teilweise in der Staatsanwaltschaft tätig. Ja, ja. Und da sie schon so einige Gerichtsverhandlungen mit diesem, mit ihrem Kontakt hatte, also, kennen die sich auch. Ja, ja. Äh, ja. Und er weiß, dass sie würde es nicht ohne Grund fragen. Hm. Er ist so ein bisschen am Überlegen, also hörst du auch so, dass sie so, hm, ja. Ich habe Kontakte zu gewissen Veranstaltungsgebäuden, wo man durchaus Zeugen und so weiter auftreiben könnte. Ich werde sehen, was ich machen lässt, aber jetzt am Tag, äh, mit wann kann ich eine, etwa eine Entscheidung rechnen? Puh, ich, ich hoffe mal spätestens in zwei Tagen, also spätestens am Donnerstag, hoffe ich. Kann ich etwas tun, um das vielleicht etwas zu beschleunigen? Ja, in der Szene, wo ich bin, da gibt es auch, sind auch etwas beunruhigt über das Ganze. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, allerdings ich bin natürlich auch daran gebunden, wie die Anwaltskammer und der ja, bearbeitende Staatsanwalt, wie die, wie die mich durchlassen, sage ich, ich nenne es mal so. Also ich, ich denke mal, es wird früher sein, aber spätestens am Donnerstag werde ich die Antwort haben. Sagt habt ihr Freitag Anfasszeit, ich würde euch gerne in Goldhorn Beef Club einladen? Freitag, Freitag. Freitag Abend. Bisher habe ich nichts vor. Lasst mir zukommen, wann und wo genau, mir ist 21 Uhr jetzt nichts. Das ist ein sehr gutes Restaurant. Ja, ist noch besser. Aber entschuldige mich. Ja, danke. Ich will jetzt weiter schlafen, morgen ist ein harter Tag. Ich bedanke mich dafür, leg auf, schicke ihm dann noch per SMS die Adresse. Ja. Vor allem den Beef Club, den es wirklich gibt in Berlin. Okay, alles klar, ja. Würde mich dazu meinen, da ich ja beim anderen Anker, dass da ja auch meine Zuflucht ist, also bei meiner Assistentin, genau, würde sie einfach mal fragen, was sie in der letzten Nacht noch so rausbekommen hat. Ja. Sie sagt denn dir nur, dass, ja, der bearbeitende Staatsanwalt Karl Häufer heißt, und, ob sie auch noch irgendwie was rausbekommen hat für, ähm, über diese komische Album, die Band oder so, über Insider oder so, beziehungsweise im Internet. Ja, also sie hat halt gesagt, ja, also die Band scheint relativ neu zu sein, also ist eine norwegische Gruppe, scheint relativ neu zu sein, zumindest was so die, die sozialen Netzwerke, Twitter, Instagram, Facebook, was es da alles so gibt, ähm, die ist zumindest auf den sozialen Netzwerken relativ neu vertreten, ansonsten jetzt irgendwie, ein Wikipedia-Eintrag oder, oder andere Metal, ein Metal-Seiten, sag ich mal, da ist die Band nicht vertreten, von daher gibt's da noch nicht allzu viel zu der Band zu sagen, außer, dass sie sehr erfolgreich zu sein scheint, also das, das Album halt, ähm, das besagte Album ist das erste, das hat sich ganz schnell sehr, sehr viel verkauft. Mhm. Okay. Ja. Ähm, hat sie auch auf, bei Metalhammer mal geguckt, ob die darüber berichtet haben? Äh, Metalhammer hat das nur erst mal gesagt, dass sie einen Artikel darüber rausbringen möchten, aber noch ist er nicht erschienen. Okay. Gut, ähm, dann soll sie sich mit Metalhammer mal in Kontakt setzen. Okay. Ähm, beziehungsweise, ähm, ich will noch mal kurz Emanuel anrufen. Ja. Äh, ich bin's, ähm, also, Rechter Andreas Pfeiffer will schauen, ob ich eventuell von offizieller Seite den Fall ermitteln kann, der leitende Staatsanwalt sein werde. Natürlich wirst du einen Blick in die Akten kriegen. Ich zweitens, ähm, die Zeitschrift Metalhammer. Wirklich, du würdest sowas mit mir besprechen, bevor du etwas tust. Ich habe gerade eine, dem Staatsanwalt eine Nachricht zukommen lassen, dass ich mit Ich mal ganz kurz aufgreifen will. Mal ganz kurz aufgreifen, mach mal gleich weiter. Dann machen wir ansonsten erstmal bei Vanessa weiter. Ähm, ja, du erwachst und du bist nicht hungriger als am Vorabend beziehungsweise der Vornacht. Ähm, wo wachst du denn auf? Also, wo hast du dich versteckt übernachtet? Ja, ich bin ja bei, oder bei mir in meiner kleinen Kellerwohnung übernachtet, wo ich mir so einen schönen Schlafplatz mit, äh, als Sicherheit vor der Sonne und sowas zurecht gemacht hab. Ähm, da werde ich im Endeffekt aufwachen und durch meine Wohnung erstmal gehen, meinen kleinen Aufstark Sachen zusammensuchen und mich für den Arm zurecht machen, da ich vorhabe auszugehen. Da kannst du erstmal wieder übergleiten. Das dauert eine Weile, bis ich mich zurecht gemacht hab. Okay. Ja. Gut. Okay. Ähm, wo waren wir stehen geblieben, Ben? Achso, ja. Äh, ich will, du wirst sowas vorher mit mir besprechen. Ich hab grad, äh, egal, zu spät. Äh, ja, ihr könnt ja weiter mit dem. Weil, es wird wahrscheinlich noch zwei Tage dauern, wenn ein rechtlicher Beschluss kommt. Und die Daten des Falls kommen. Wird wahrscheinlich noch zwei Tage dauern. Ähm, die Zeit auf Metal Hammer plant, über die Band zu berichten. Sollen wir das hinunter sagen, oder oder wollen wir abwarten? Haben wir haben wir Zugang zu dem zu dem Redakteur oder zum Autor, der den Bericht schreiben wird? Naja, die haben ja eine Kontaktseite offen im Internet. Meine Assistentin könnte ja sich da mal dahinter klemmen. Ja, im Zweifelsfalle wann ja, kontaktiert ihn erst einmal, findet heraus, ob der irgendwie direkt Kontakt mit der Band oder mit dem Künstler des Parums hatte. Also mit dem, der das Foto gemacht hat. Muss ja nicht unbedingt von der Band sein. Ich werde Veronika darauf ansetzen, dass es dort mal nachfragt. Und ich denke mal, wenn es um rechtliche Probleme geht, können sie sehr schnell einlenken. Hast du hast du noch irgendwie was, irgendwelche Informationen? Noch nichts Neues. Bin gerade auf dem Weg zum zu dem Plattengeschäft. Brauchst du Unterstützung oder gibt es irgendwo Sachen, wo ich noch hin könnte? Es ist eine Weile hier, dass ich selber ein Schloss geknackt habe. Das ist ein bisschen, was ich nicht habe. Gut, dann würde ich Veronika aber heute im Homeoffice lassen. Ja. Manuel, also das ist noch das Telefongespräch. Ja. Dass er dann am besten von zu Hause aus arbeitet. Ja. Ich würde gucken, dass ich vielleicht in dem einen oder anderen Club oder so nach Informationen sammle. Vielleicht kriege ich was raus. Okay. Soll ich Vanessa noch mit dazu nehmen? Oder hast du noch andere Vorschläge? Manuel? Vanessa ist die Clubbesitzerin. Die könnte tatsächlich nützlich sein. Kurz OT ist der Charakter von Kai. Kurz OT. Ja, ich weiß, aber die ist ja Clubbesitzerin, oder? Nur Tänzerin. Aber das wisst ihr nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. denkt Emanuel ja, dass das eine Clubbesitzerin ist. Ja, das war wirklich ein Fehler vom Spielerwissen. Okay. Wie ist der nächste noch einmal? Naja, das war die Dame, die vor den Militärangehörigen Angst hatte. Ach, die wenn du meinst sie ist nützlich, ich meine zumindest ist gewiss nützliches Parallel immer gut und es ist nicht besser zunehmend sie zu Gott als diesen überschwänglichen Militär. Wir sollten vielleicht noch Herrn Maximilian fragen. Er scheint auch einige Kontakte zu haben. Ich würde mich dann auf den Weg machen und ich wünsche euch noch viel Erfolg in der Nacht. Ebenfalls. Ja, sie legt dann auf und macht sich dann fertig für eine Partynacht. Das dauert eine Weile. Emanuel und bei Emanuel und bei Vanessa da kommt auf einmal bei Emanuel sag ich mal gerade als du an der Ampel stehst und die Ampel von rot auf grün schaltet und bei Vanessa irgendwie als du guckst deine ganzen Klamotten durch und hast alle schon mehrfach angezogen bis genau das zweite Kleid beim fünften Mal erst richtig sitzt in den Momenten bekommt ihr irgendwie so ein imaginäres Bild irgendwie hervor durch eure Vorahnung ein großes G kleines S und großes H das ist das sticht so auf einmal irgendwie hervor ja was euch kurzzeitig verwirrt aber ist dann wieder dann seid ihr wieder im hier und jetzt sag ich mal gut ja Alexandra Vanessa hat sich dann auch angezogen hat sich fertig gemacht und gehst du dann direkt auf Clubsuche Partysuche oder ich gehe nicht auf Clubsuche und Partysuche sondern ich gehe in einen speziellen Club und zwar in den DeathSilence Club in einer Klinike wo ja theoretisch der Typ oft rumhängen soll der das Aufnahmen Ritual zu den Goats Hammer durchführt die ich erfahren habe dann würde ich mich aufmachen ok alles klar und unterwegs würde ich dann aber mit meinem ebenfalls etwas älteren Handy noch den anrufen und fragen ob er etwas herausgefunden hat und ob er sich gerade und auch nachfragen ob er in der Richtung mit dieser Goats Hammer Musik vielleicht ein bisschen sich umhören könnte und ihm Bescheid sagen wo ich hingehe falls die Kacke am Dampf ist ist er in der Nähe ja genau ja Dan sagt auch dass er teilt ihr halt auch mit die Band ist also ist eine norwegische Band sie ist schon ein paar jährchen alt also sie ist ein paar jährchen schon im Black Metal Geschäft unterwegs allerdings ist das Album Hammer's Goat wirklich tatsächlich das erste Studio Album davor haben sie nur zwei Demos veröffentlicht mit insgesamt neun Liedern ziemlich hohe Qualität und die haben die haben es mit mit ja die haben es mit Gewalt also die die ganzen Band Mitglieder die fünf Band Mitglieder alle haben irgendwie schon Kontakt mit den lokalen ja Gesetzeshütern gemacht zumindest in Norwegen Kirchen Brände der eine hat sollen Mord begangen haben Überfälle Raub Überfälle Verkehrsunfälle und die ganze Palette durch und dieses Jahr im März sind sie auf einmal auf der Bildfläche erschienen vorher waren sie nur im tiefsten Underground sage ich mal zu finden gewesen und da waren sie auch sehr sehr erfolgreich und auf einmal sind sie da die sprießen auf einmal wie Unkraut irgendwie hervor das Album Hammer's Goat hat sich auch super gut verkauft ja und Dan sagt auch wieder da und irgendwie kommt das Dan so ein bisschen eigenartig vor dass das Album jetzt auf einmal sofort erscheint aber in der kurzen Zeit hat er nicht mehr herausfinden können was hat meine DJ mein DJ raus beziehungsweise meine 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 rechte Hand genau die die sagen dir dass das Album also die haben alle einschlägigen online tauschbörsen plattformen zum kaufen wie zum ausleihen haben sie durchforstet und können das Album nicht finden also sprich im Internet ist es nicht zu haben sie haben allerdings herausgefunden dass das halt nur beim Plattenladen halt zu erwerben sei dementsprechend haben sie das jetzt auch nicht direkt können sie dir das auch nicht direkt vorliegen aber sie haben dir noch die Adresse des Plattenladens gegeben und meinten halt wenn du ja du müsstest oder irgendeiner müsste das sage ich mal abholen da müsste das da kaufen okay gut alles klar gibt es irgendwas haben die sich irgendwie also die haben sich jetzt nur drum gekümmert um die cd beziehungsweise um die platte von denen genau das genau dass sie die halt bekommen okay weil du wolltest die ja durch eine sonderanlage laufen lassen genau denn bestelle ich mir jetzt mehr oder weniger meinen fahrer oder mein taxi oder wie auch immer fahrer ist kein ding fahre du setzt mich rein fahr zu dem entsprechenden plattenladen hol mir die platte und fahre dann anschließend zu Haus und Hof mehr oder weniger Sound Mixer und lasse die dort durch entsprechende Filter laufen um herauszufinden ob da irgendwie was komisches an dem Sound dran ist weil die Leute scheinen von dem Sound verrückt zu werden und irgendwie ja die sind geil auf diesen Sound und normalerweise weiß ich nicht es kommt mir komisch vor und deswegen lasse ich jetzt einfach durch bestimmte Filter laufen ob irgendwas dran ist ja im Endeff erstmal ja der der fahrer kommt auch bringt dich dann auch zum plattenladen und ich sag mal du steigst aus also das ist auch jetzt für Emanuel sag ich mal interessant das ist eine relativ enge Straße maße es könnten normalerweise zwei Autos nebeneinander fahren da die aber links und rechts die bürgersteige sag ich mal zugeparkt sind kann nur ein auto jeweils in eine richtung fahren sprich man müsste dann halt ausweichen und Emanuel ist ein ticken früher da der plattenladen selbst hat eine ganz normale Norm ja ein einziger plattenladen der das verkauft der hat eine normale Normtür die Tür ist pechschwarz und auf der Tür steht da steht Berliner Vinylwerk steht da drauf hat daneben der Tür noch ein Fenster ungefähr zweimal anderthalb Meter ist das das ist auch so der ungefähr zwei Drittel des oberen Teils ist auch so anthrazit grau sage ich mal irgendwie angemalt und von innen an innen Farbe sage ich mal sind einfach auch noch mal das Berliner Vinylwerk eingeritzt worden außen hängen ganz viele Poster und Werbung von Musik wie auch 0 auf 15 Werbung und ja genau Emanuel betritt gerade den Laden und währenddessen steigt halt Maximilian aus und kann halt sehen dass eine Person im Anzug in den Plattenladen reingeht und dann schließt sich die Tür auch okay ähm gibt es einen Hintereingang ist würdest du schätzen allerdings das ist eine ganz normale das ist im Endeffekt ist das eine ganz normale Wohnsiedlung wo einfach nur unten im Erdgeschoss ein kleiner Gewerbeladen ist irgendwie bisschen hinter bisschen weiter rechts da hast du den Dönerladen bisschen weiter links da hast du irgendwie einen Backup auf der gegenüberliegenden Seite hast du irgendwie einen kleinen vietnamesischen Schneider also du müsstest in den Hinterhof rein habe ich jetzt nicht wirklich Bock drauf ähm kommt irgendjemand da raus der die Platte in der Hand hat nein nein es ist Nacht es würde mich wundern wenn der Laden offen der Laden selbst drin ist relativ klein die Grundfläche so eigentlich fünf mal sieben Meter oder so ist ziemlich klein ziemlich kuschelig ist vollgestellt mit allen möglichen Black Metal Merchandise also alles was man sich so vorstellen kann vom Fußboden in normaler Hüft Griff Reichweite unter der Decke an den Wänden oben alles mögliche voll in der einen linken Ecke ist so eine ganz kleine schon fast behelfsmäßige Kasse zu sehen sag ich mal und direkt rechts daneben ist so ein kleiner ja ist eine offene Tür die ist aber nur offen weil sie auch mit Merchandise verhangen ist und da kann man einen anderen Raum im Keller müsstet ihr durchgehen es ist noch eine weitere Person im Laden nämlich eine Frau die ist so ein bisschen rockermäßig angezogen scheint so in Mitte 40 zu sein und die scheint irgendwie bei den DVDs an der rechten Wand die scheint sie zu sortieren ja und ihr beide im Endeffekt Emanuel kommt rein verschafft die erstmal einen Überblick und ein paar Sekunden später tritt ein weiterer Anzugträger ein den kennst du auch von Vorabend nämlich Maximilian steht kurz hinter dir also grundsätzlich nochmal vorher also wenn ich mich anziehe und meine Morgenritual mache nehme ich immer grundsätzlich eins von meinen Messern mit grundsätzlich ja ist kein Problem ja gut ich gucke dann so ein bisschen um sollte mir die wer ist da Ben ne ja wenn wir uns sehen grüße halb Kopfnicken oder wie auch immer sowas in der richtung und gehe dann mehr oder weniger direkt zum Tresen ja ein Tresen ist nicht wirklich da ich sag mal das ist musst dir wirklich vorstellen ein kleiner Raum wie gesagt so 5x7 meter komplett voll gestellt überall steht irgendwie merchandise durch diese gänge nenne ich sie jetzt mal können nicht mal mehr zwei personen durch also da wenn zwei personen durch wollen dann muss man schon sich wirklich an den anderen so ein bisschen vorbei drängeln der Tresen ist im endeffekt nur so ein kleiner so eine art rednerpult wo einfach eine kasse draufsteht ist ja genau mein ding dann gehe ich halt da hin ist da jemand hinter oder läuft da irgendwo eine bedienung rum oder es ist nur eine frau wie gesagt nur eine einzige frau hier gerade im raum zu erkennen die halt die dvds irgendwie sortiert ja die bemerkte ich auch erst mal gar nicht und irgendwie dann so als du sie gerade ansprechen willst dann dreht sie sich auch um hat so einen stapel dvds in der hand oh guten abend ich wollte gleich schließen wünsche dir noch was ja ich habe von einem freund beziehungsweise alle in dieser stadt reden die von dieser komischen band god's hammer nee wie heißt die nochmal ach ihr mein go beziehungsweise das 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 album heißt so die band selbst heißt of men and goats kann ich mal empfehlen die ist echt super habt ihr davon eine platten version da ich stehe nicht so auf cds platt platt sie sie legt dann die dvds so zur seite verrutschen dabei auch ein bisschen dann muss ich mal im keller nachgucken ich muss mal nachgucken und dann wird sie an dir wird sie an dir vorbeigehen geht dann sage ich mal an der kasse die durch die tür und dann ja könnt ihr beide sehen wie sie einen schritt vormacht und ein bisschen absackt sprich sie geht runter ich durch ich beobachte mal den raum und suche nach kameras du siehst keine also ihr beide seht keine kameras nein irgendwas anderes auffälliges irgendwas was da nicht hingehört nein nix also das sie ist so wie er sich gerade hält und wie er ausschaut im vergleich zu seiner umgebung der im manuel gehört da garantiert nicht hin okay ja sorry na klar also im Endeffekt ihr beide gehört gerade nicht zumindest vom aufzug her nicht in den laden nein ich meine irgendwas was da von von Klamotten nicht hingehört oder ob da irgendwie weißt du mir kommt das jetzt komisch vor die verschwindet im keller nach einer platte lässt den lachen unbeausrichtig da könnte sonst einer was mitgehen lassen ja kommt eine blöde vor die muss ja gottvertrauen haben die frau oder was anderes ja was macht im annuell denn so also wie gesagt du siehst halt ja hast ja mitbekommen alles ich will eigentlich nur die platte kaufen und der dann die tonspur versuchen über unseren tonmeister die tonspur ja mit dem ton da drauf und wozu also ich habe einen verdacht keine ahnung ob das der wahrheit entspricht also meine idee dahinter ist eigentlich dass die qualität oder irgendeine berauschende sequenz irgendwie im hintergrund abläuft ihr könnt das ja sonst im chat ausspielen dann würde ich nämlich sonst mal zu vanessa übergehen zu kay kurze frage ote haben wir zwischendurch handynummern ausgetauscht also die charaktere nein wurde nicht gesagt kai haben unsere charaktere ich bin jetzt nicht 100%ig sicher du hast mir dein du hattest mir deine visitenkarte gegeben okay da steht ja die handynummern nochmal drauf okay genau ja vanessa wie kommst du wie möchtest du denn zu dem club death silence hinkommen ähm also im endeffekt ich sag mal du du hast nachgeguckt äh ne tram würde da hinfahren ähm du müsstest zwar vorher mal umsteigen ist aber nicht das ding aber direkt kurz in die nähe wird nur ne tram gefahren ja ja nö ich äh gehe ja immer kein Risiko ein und ist ja eine Weile weg von meinem deswegen nehme ich mein gebrauchtes Auto okay und fahre da selbstständig ja ja äh du fährst da auch hin ist nicht allzu viel Verkehr vor allen Dingen jetzt hier gerade unten in Köpenick sag ich mal ist nicht allzu viel Verkehr hältst dann auch äh also du fährst das ist eine ist eine normale Wohngegend mehr eher so Richtung Reihenhäuser ist also auch Reihenhäuser wie auch Hochhäuser so so naja Hochhäuser Plattenbauten sag ich mal so so fünf Geschosser das wechselt sich immer mal wieder ab ist eine normale zweispurige Straße links rechts können Autos parken und du findest da dann auch irgendwo eine Parklücke und ja das ist ein kein riesengroßer Club das ist ein normal gehaltener Club sag ich mal der zumindest von außen hin wirkt der als ob da Elektro irgendeine elektronische Musik spielt und davor ist auch da ist tatsächlich jetzt für einen Dienstagabend so gegen elf Uhr sag ich mal ist da wirklich eine lange Schlange also da ist wirklich anstehen hm dann äh ja würde ich halt aus meinem Auto aussteigen nochmal in den Spiegel gucken äh noch kleine Details zurecht machen und ähm wie sieht's denn am Eingang aus da steht bestimmt ein äh Türsteher nehm ich mal an der die Leute kontrolliert ob er sie reinlassen wird oder wegschickt genau genau also da stehen beziehungsweise da stehen zwei Türsteher hm der eine sieht so ein bisschen in Richtung Ostblock sag ich mal aus also so dieses klassische so ein bisschen ist natürlich auch schon fast diskriminierend aber so ein bisschen ja ja dieses dieses Boxergesicht bisschen platt aber ein bisschen größere Nase äh ja und der andere sag ich mal ist ein schon fast schmächtiger Kerl äh normaler schmächtiger deutscher Kerl sag ich mal und die wechseln sich immer so ab bei dem sagen sie nee du kommst hier nicht rein bei dem einen sagen sie ja ja du musst noch mal das richten und dann kommst du rein ähm ja wen lassen sie so in etwa durch und wer wird ausgesiebt ähm die lassen von den Mädels im Endeffekt nur die rein die wirklich hübsch also die die sich wirklich hübsch gemacht haben die wirklich schön aus sind die sexy sind ne die die sexiness bringen lassen sie halt rein und von den Männern lassen sie fast ausschließlich nur ich sag mal Muskelprotz da rein und die anderen normalen und selbst wenn da ein Pärchen oder eine Gruppe ist dann sagen sie nö du du kommst hier die sagen auch nee du bist viel zu schmächtig du hast da nichts drauf hier hau ab und dann darf sein Kollege sag ich mal rein das ist das hat das ist nicht mal willkür das ist irgendwie scheint das system zu haben äh wie lange werde ich geschätzt warten müssen falls ich mich da wirklich anstelle du müsstest wahrscheinlich so ja das ist ne riesen schlange also bestimmt 20 25 minuten müsstest du wahrscheinlich warten also die die sind zwar sehr zügig mit dem aussortieren aber das sind einfach ganz viele leute die da anstehen okay ähm ich würde dann einfach an der schlange vorbei richtung zu den türstehern gehen ich bin ja entsprechend gekleidet also wenn ich mich reingelassen werde wer dann das ist ja der perfekte kluft für mich und ähm ich probiere die mal abzuschätzen wer wahrscheinlich eher auf darauf eingehen wird wenn ich ihn ein bisschen umgarne also wer von denen wirft zum beispiel eher blicke auf die ähm sag ich mal herausgeputzten sexy angezogenen frauen das ist äh tatsächlich der muskelprotz der da eher drauf ein auge wirft okay dann würde ich mich nämlich dem auch äh zuwenden also auf den zugehen und ähm begrüßen und sofort auslutschen nein na klar da ist genug blut drin ja nein nein ich bin ja nicht wusstig insofern ähm abend mein starker sag macht es dir was auf mich vielleicht vorher rein zu lassen ich hab's ein bisschen eidig und würde ihn halt ein bisschen dabei antimpern für mich auch in pose stellen ich hab heute nichts warmes an und es ist ein bisschen kühl heute ähm der äh die die ganze schlange auch also die die weiter die so hintere der hintere teil der schlange ja die ignorieren dich bis irgendwie ein passant eine passantin und die vorderen denn so ja wie geht da wie kann das sein diese schlampe lass die nicht rein die beschweren sich richtig und die werden auch die werden nicht handgreiflich die schubsen nicht wirklich aber aber verbal wird es auf jeden Fall lauter die sind total erzürnt darüber und ich hab nur auch für den groß der der mächtige türsteher der erhebt auch seine stimme und sagt haltet die schnauze ansonsten kommt hier keiner mehr rein ihr kleinen bastarde also selbst für dieses für dieses etablissement sage ich mal solche kraftwörter ist vielleicht sind vielleicht ist das nur deren masche dieses image für die türsteher aber ja die die masse so ein bisschen die wird ein bisschen ruhiger und dann hörst du nur noch so ein bisschen also so ein bisschen flüstern aus direkt umgehen diese scheiß schlampe die knöpfen wir uns vor und so weiter ich mag es wenn sich die herren von der tür so gut durchsetzen können das sage ich klar aus zu denen ja ja der der muskelprotz sage ich mal der popeye so eine art der ja das ist schon fast unangenehm weil der mustert dich richtig also der der zieht dich noch nicht aus mit seinen blicken aber der mustert dich total und bleibt auch an den rundungen vielleicht ein bisschen länger hängen als es eigentlich gut wäre für die für die situation vor allem für naja seinen stand gerade als er das macht atme ich auch mal ein und strecke noch ein bisschen mehr raus also ich komme ihm tatsächlich auch offensichtlich entgegen vielleicht kommt es dir nur so vor aber du hast das gefühl dass er so leicht ja so ein bisschen peinlich berührt ist und dann dann tritt er auch einfach zur seite meint nur dann kommen sie doch bitte rein meine schönheit dann hängt da sag ich mal dieses art warte bändchen hängt er dann raus und dann kannst du reingehen okay dann gehe ich an ihm vorbei und sage auch noch so danke mein stark und streiche ihm auch noch über den arm man man soll sich die tür stehe immer warm halten das hat jetzt zwei bedeutungen wahrscheinlich ja du gehst niemals ohne verstärkung in deinen club und das ist dann meine verstärkung draußen schicken können ja du gehst du gehst auch rein und ist ja ist sage ich mal wirklich ein technoschuppen außer dass sie gerade kein technospielen sondern wirklich hardstyle falls es euch was sagen sollte dj lady dana spielen sie gerade alles klar aber technik war schon aus und es ist wirklich du es ist die die luft ist schweiß geschwängert und alle möglichen parfüme und irgendwie andere körperflüssigkeiten vermischen sich mit mit rau also mit qualm und alkohol in der luft und dieses ganz klassische ja die hitzigste nacht so in der art ist gerade da die masse ist total elektrifiziert die sind total gut drauf ja und ist normaler club im endeffekt auf der einen seite so schräg rechts vor dir an der stirn man ist halt die bar die ist riesen die ist schon fast überfüllt mit leuten halt und links daneben an der linken band hast du das mischpult dann würde ich mich so unter die menge praktisch mischen auf die tanzfläche gehen dabei tanzen mich durch richtig schön mitfeiern dabei mich aber auch durch den club bewegen und während ich mich amüsiere und tanze auch mit leuten wenn sich das anbietet die augen offen halten ob ich irgendwie was sehe wie von diesem verletzungs ritual oder auch den typen der das dort geleitet hat praktisch machen wir erstmal bei alexandra weiter sie macht zu ihrer route so dass du zwei drei clubs in der nacht schafft information zu sammeln das sind aber clubs wo weder emmanuel noch maximian reinkommen ok und sie sucht sich bewusst die aus wo mehr richtung hardrock metal und so weiter gespielt wird aber sie ist da würde sie anfangen aber ist nicht die einzige und würde dann weil du das falsche geschlecht hast aha so gut ja macht sich dann anfangen macht sie bei ihrem stammclub rainbows ja wir hätten ja jetzt einfach mal ausgedacht ähm ja ruft sich würde sich aber erstmal über taxi zu einer halben stunde ist tagsüber schlaf ist eine kleine gedanke gekommen und würde tatsächlich ihre mutter anrufen schlafen ja gleich wieder tot natürlich wenn sie nicht rangeht wird sie natürlich den anruf wenden wird sie vielleicht auf den ab was reden ja also sie sie deine erschafferin geht auch nicht ans telefon ran gerade kannst dann auf den ab sprechen ja dann ab ein Satz mit einer Frage mutter ich hätte mal eine frage gibt es die möglichkeit über fernsehen radio oder schallplatten oder ähnlichen kann man da andere beeinflussen äh ja eine Antwort wäre sehr nett ich wünsche dir noch angenehme nacht und macht sich dann auf den weg zum rainbows bei ihr ist wichtig dass ihr auch erstmal allgemeine informationen über die band sammelt wer so alles davon betroffen ist ja ja also du bekommst halt auch raus über die einzelnen clubs das ist eine relativ neue band wir spielen halt black metal sind total also die sollen total geil sein also die sollen einfach richtig gute musik machen das album kann man halt nur in dem ein besagten platten laden berliner vinyl werk kaufen und es wird gesagt dass das norweger sind das bekommst du halt so raus frag auch nach platten label kurz kurze frage wissen wir schon ob platten label dahinter steht oder nicht die haben kein platten label ist eine private vermarktung ja dann würde ich auf jeden fall ich nehme mal das kriege ich an der bar raus oder quatsch ich mit der dj ach ne sie quatsch mit dj würde dann auch fragen wie viel kostet eben halt so um album selber aufzulegen und zu vertreiben das ist schon ziemlich teuer sowas wirklich selbst zu machen also schon so mehrere tausend euro also alleine nur dass das aufnehmen das mischen das ab also mischen das mastern am ende die mieten das kostet bestimmt schon so ich sag mal so zehntausend euro grob geschätzt und dann das vermarkten kommt natürlich darauf an wie viel werbung du dafür betreibst aber da kannst du wohl locker auch nochmal so fünf bis zehntausend euro drauf legen kurz es müsste jemand sein der kohle hat ja genau also was sollte ich jetzt fragen ja ich horch dir auch so ein bisschen aus privaten aus dabei noch ein paar fragen ob in ihrem Feld irgendwelche leute davon betroffen sind die dann auch das umschreien dann irgendwie sich seltsam genommen haben wo habe ich das so kurz anders als wie sie sich normalerweise verhalten fragst du das ganz gezielt oder ich sag mal so durch die blume hinweg sie würde es so als nebenbei so als eine frage oder so mit ein pflegen sie flirtet auch mit der dj richtig dann würfel mal bitte den würfel pur manipulation und investigation also nachforschen also manipulation nachforschen kann ich mein auftreten mit dazu nehmen also mein umwerfen noch weil sie hat sich ja nicht umsonst in schale geworfen deswegen wir würfel von plus 2 gehen ach du mein den kannst kannst du als bonus von plus 2 mitnehmen dann ja ok krieg ich nicht raus hm 0 d10 hä sein ok ne dann mach es mal anders so äh manipulation war das genau also manipulation und das normal ah jetzt der hat das plus 2 nicht richtig genommen ok ok ja 4 erfolge ja 4 erfolge ja 5 erfolge wenn du so willst der hunger zählt ja auch als normal dazu ja ähm ja du bekommst auf jeden fall ähm sag ich mal raus also als du diese Frage so stellst ob sich jemand ungewöhnlich verhält oder dergleichen ähm kommst du mit dass ähm es soll ein es soll angeblich ein Aufnahmeritual existieren um an die Platte ranzukommen und es wird gemunkelt dass dieses Aufnahmeritual in dem Club Death Silence was in Alt welcher in Alt Klinike beheimatet ist also der Club dass dieses Aufnahmeritual dort vollzogen wird okay und Aufnahmeritual soll angeblich mit Schmerzen verbunden sein Ok einer kurzen sms reinpasst ja und packt dann auch ihr handy wieder weg er flirtet weiter mit der mit der dame auch so ein bisschen und bekommt die staatsanbieter noch erfährt sie noch irgendwie ob die dj auch irgendwie namen oder so hat in der silence an dem man sich wenden muss oder wie man sich da der silence wenden muss ob sie da was weiß laut gerüchten also namen kommst du nicht beziehungsweise wissen wissen die leute nicht dir wird allerdings gesagt es soll ein ein das initialen die das sind drei buchstaben die sollen auf den den auf dieses ritual auf dieses diesen ritual führer oder wie man ihn schimpfen will hindeuten und diese initialen sind gsh genau das sind dann erstmal wichtige information sie würde sich dann von der dj verabschieden schick im manuel netzweite sms fahrens der silence code für ritual sh gut dann kommen wir mal wieder zu unserem metal laden zu emmanuel und zum maximilian ja während ihr euch da unterhalten habt das sind bestimmt so ja knappe 56 minuten vielleicht kommt dann auch die frau wieder hoch und hat auch eine schaltplatte in der hand auf dem alter schwede auf dem ja dass das platten cover ist halt gesagt dieser sagte mensch halt drauf und dann sagt sie guckt sie halt maximilian angeht auch auf ihn zu meint ja wir haben tatsächlich wusste nicht aber wir haben tatsächlich platten darüber die würde 35 euro kosten kein problem zück mein portemonnaie legt die 35 euro auf den tisch dann gibt sie gibt dir die platte beziehungsweise sie tüte die noch in eine tüte halt eine neutral schwarze tüte und dann hast du die platte alles klar gut dann nehme ich die platte grüße doch mal ben beziehungsweise emmanuel man sieht sich so recht noch und haben wir jetzt telefonen getauscht hoffentlich ja meine würde ich dir geben alles klar dann gebe ich dir auch meine rüber beziehungsweise eine visitenkarte oder sowas in der richtung und während ich rausgehe die tasche quasi ums handgelenk mache mehr oder weniger tippe ich dann ganz schnell die deine telefonnummer ein mit deinem namen und dann sagt tschüss und gehe raus und steig ins auto oder geht zum auto und dann lass gehen und fahre dann zum 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 dj hin zu diesem sound labor das sound labor ist tatsächlich das sound labor ist oder eins der sound labore sage ich mal ist auf dem unicampus adlershof und du weißt auch dass dort nicht immer allerdings ziemlich häufig also ich sag mal drei von fünf tagen halt auch in der nacht dort gearbeitet wird also da ist eine gute chance da heute jemanden anzutreffen was möchte emanuel denn machen nachdem sich maximilian verabschiedet hat ich frage die da oder ich spreche die verkäuferin gleich direkt noch an die auf men and goats haben noch kein label bei dem die unter vertrag sind oder die verkaufen alles unabhängig ja ist ungewöhnlich aber ja der der vertreter sage ich mal der ankam sagte die haben noch nicht die können sich die haben noch keinen vertrag wirklich bekommen wollen sich erst einen namen machen haben uns allerdings den namen von dem vertreter vielleicht geben weil ich kenne jemanden der daran interessiert wer die erstens einen erstens die in einem klub spielen zu lassen und zweitens auch die platten zu vertreiben aber den der klub kommt zuerst ja ja da warten sie mal ganz kurz und sie kramt den sag ich mal unter der kasse da im pult kramt sie denn so ein bisschen rum und wo hab ich es denn wo hab ich es denn ach hier ähm also der vertreter heißt äh hagen pfau komischer ja hagen hat doch hagen pfau und dann hält sie dir den namen hin und das ist eine totale sauklaue aber du kannst da irgendwie auch hagen pfau hagen pfau genau also wie wie das tier pfau ja also pfau genau pfau wie wie der vogel ok dann habe ich mich geirrt ich hab zuerst geglaubt das ist das könnte eine eine anspielung oder ein pfau von der helga van hagen sein ja nee nee ok dann ja also hagen pfau dann kopier ich mir oder tippe ich mir gleich ein die nummer ja ist auch eine berliner nummer 3 0 in der vorwahl genau 0 3 0 ist die vorwahl für berlin sehr gut vielen dank ja nichts zu danken da aber dann so wie gesagt aber wenn wenn sie da ich weiß das steht mir nicht zu ich bin ja nicht die eigentümer des stars aber wenn sie da was für die band anleiern können vielleicht können sie ja irgendwie noch den laden hiermit einschließen ja klar wir können wie viele wir können sicher was ausmachen dass wir dann direkt bei der bei dem gig die cds verkaufen oder also ich kaufe ihnen jetzt im im park mit einem zuschlag die cds ab und vier verkaufen die dann für für einen geteilten erlös bei dem gig direkt einfach eine kleine merch t-shirts und so weiter die sich ja sicher was machen lassen ja ich muss ich muss das natürlich erst noch mit meinem chef abklären das hört sich sehr gut an ich bin auch nicht der betreiber von dem club ich vertrete sie nur ja kann ich kann ich sonst noch was für sie tun ich würde demnächst ganz gerne schließen also nichts gegen sie wir wir reden uns noch wir reden uns noch auf gutes geschäft ja auf gutes gelingen einen schönen abend wünsche ich euch dann noch schönen abend ja ich äh hm ja ich setze mich wieder ins auto und na bevor ich die noch anrufe will ich erst äh nein eigentlich kann die kann die Alexandra auf mich warten die weiß ja was sie tut ok wenn sie es nicht weiß dann ist das ihr problem und nicht meins alles klar also ich rufe jetzt direkt den vertreter an mit der nummer die sie mir gegeben hat ja äh es klingelt auch und nach so so vier fünfmal klingeln geht dann der vertreter auch an und äh v hier hallo mein name ist immanuel pilgrim ich vertrete die Frau van Hagen vom Club Zündstoff in Berlin haben sie noch direkten Kontakt mit äh auf man äh auf man and goals die ähm also ich ich hatte nie so nie richtig Kontakt im Endeffekt bin ich der zweite Zwischenhändler ähm da müssen sie sag ich mal den den ersten Zwischenhändler fragen der hat bestimmt Kontakt zu der Gruppe ist ich war nur dafür darum das ist eine gute Frage wissen sie was ich gebe ihnen mal die die E-Mail Adresse von ihm und dann können sie ihm eine Nachricht schreiben ich bin da überfragt ob der gerade in Berlin ist oder nicht und dann dann wird er anfangen dir die E-Mail Adresse durchzusagen okay schreibe ich mir natürlich auf direkt hinschreiben kann ich jetzt natürlich nicht ja äh und der Name von dieser Person ähm ja äh Peter Laufs soll der heißen gut dann schönen Abend noch und ach äh sie haben doch sicher noch CDs von äh also sie haben doch sicher noch Hardcopies von äh na Gottsheimer oder haben sie die alle schon äh sind die alle schon im freien Umlauf ähm ne die hab ich alle schon dem den Plattenladen äh hier Berliner äh Berliner Vinylwerk hieß er dem hab ich die alle schon gegeben allzu viele waren das auch nicht war eine limitierte Auflage ist halt eine kleine Gruppe das ist schade aber trotzdem vielen Dank natürlich ähm kann ich kann ich sonst noch was für sie tun ich hab gleich noch ein Vertragsgespräch da wollte ich ungern zu spät kommen oh nein nein das wäre alles vielen Dank dann ich lege noch auf bevor der sich richtig verabschieden kann die Nummer von der Alexandra ja ähm genau ich sag mal Alexandra ist auch unterwegs und ist schon fast beim ne ist noch unterwegs zum Club ja und das Handy klingelt halt ja ich sehe die Nummer von hey Brüderchen was machst du denn lange nicht mehr gehört also wenn ich unseren unseren Vertreter kaufen äh Vertreter glauben kann 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 man zwar bei Verkäufern nie aber wenn man ihm glauben kann dann weiß ich wo sich alle im Umlauf befindlichen noch Platten von den von der Band befinden du müsstest dann nur wenn du den Fall dann übernimmst eine rechtliche Verfügung kriegen dass du es dir alle als Beweismanke beschlagnahmst das ist doch kein Problem sehr gut aber kostet das echt zu viel paar 10.000 um sowas rauszubringen das ist durch dein ernst was du gerade erzählt hast bruder ernst hast du mitgehört wie mitgehört du hast doch gerade von deiner hochzeit erzählt und wir wollten deine Verlobung im death silence reden ah achso ja ich weiß nicht wie die auf die zahl gekommen ist ah eine freunde von mir meinte dass eine hochzeit durchaus so viel kosten kann besonders wenn man sie alleine organisiert ohne irgendwelche Hilfe ich bin hier zum glück nicht allein ja ich bin gleich im death silence ich warte auf dich bruder erz und dann feiern wir deine verlobung das war so richtig schön die saur aus ich hoffe du hast die richtigen klamotten dafür an all klar bis gleich dann bis gleich also nachdem ich aufleg werde ich mich ich werde ich noch in wo kriege ich jetzt passte metal klamotten hier ich könnte natürlich jetzt einfach den plattenladen ausgraben aber das ist der falsche charakter dafür ich werde auf jeden fall noch einmal ist es zu viel quasi gemetagamed wenn ich sage der Emanuel hat einen Satz casual klamotten in seinem auto dass er sich jederzeit umziehen kann um quasi undercover zu gehen weil normal ich habe normal nicht zu ihm aber jetzt wäre es gerade leichter als wenn ich sage ich fahre jetzt noch mal nach hause und ziehe mich um und fahrt dann erst weiter und in der zwischenzeit vergeht dann noch mehr zeit im club wo die alexandra allein ist und womöglich gangsaliert wird und blablabla es ist eigentlich nur eine ausrede um einen charakter schien zu halten wenn du da so verlegst kriegst du eine sms von alexandra wo draufsteht kein label mehrere tausend euro folge dem geld als hinweis das ist tatsächlich ein guter hinweis die zweite sms mama gefragt kontrolle über medien keine antwort ansonsten ja das ist kein problem dass du da irgendwie nach normaler casual kleidung sag ich beim auto hast ist jetzt nicht zu ungewöhnlich für einen weil ich denke in anzug und krawatte werde ich nicht in dem club dort aufkreuzen ja du kannst dich umziehen und ich sag mal dein navi sagt dir auch an dass das ungefähr so 20 minuten dauern soll ja viertel stunde 20 minuten soll es dauern bis zum club gut alexandra wartet dann auf ja ich denke mal da ist auch ein späti oder so ja auf jeden fall also ja da geht sie hin holt was und trinken ja wartet so an der straße fragt kurz bei ihrer assistente nach ob sie ein update hat natürlich noch mit paar anderen arten von nachrichten privat sind ja ja ein update kann deine assistentin dir noch nicht geben maximilien kommt dann auch am campus an und es sind noch ein paar autos ganz normale autonormalverbraucher autos sag ich mal stehen noch auf dem parkplatz da und an der einen am westflügel wenn du auf den haupteingang guckst da ist auch noch im obersten stockwerk da ist auch noch licht an von du warst schon ein paar mal da du weißt da oben ist auch wirklich sag ich mal das tonstudio oder eins ein ein tonstudio der du gehst dann auch zum vörtner hin und da ihr euch kennt und es jetzt auch nicht zu ungewöhnlich ist dass noch der ein oder andere besucher fürs tonstudio kommt lässt er dich dann auch durch und ja gehst halt hoch fährst also fährst hoch gehst hoch ja und im tonstudio ist halt noch der tonmeister heißt es glaube ich ist halt noch anwesend der ja der ist da gerade noch am rummischen und du hörst das oder siehst sag ich mal hinter der scheibe in dem ja in dem abgeschlossenen raum dass da halt eine frau irgendwie singt also irgendwie nehmen die noch gesang auf der ist total auf die arbeit gerade fokussiert sagt so ja das den den refrain den musst du nochmal singen ich verändere hier noch ein bisschen was und nochmal und action also der ist total auf die arbeit gerade fokussiert okay gut ja dann warte ich ganz gemütlich keine ahnung du setzt mich da ganz gemütlich irgendwie in den Sessel rein oder in den Stuhl oder sonst irgendwas und dann gucke ich mir die Platte so ein bisschen an und so weiter und so fort keine Ahnung und warte halt bis die fertig sind okay ja du wartest bestimmt oder du würdest bestimmt so eine dreiviertel stunde bis stunde warten währenddessen sind immer mal wieder unterbrechungen vom von dem tonmeister halt dass er sagt ja da musst du noch mal ein bisschen mehr wärme reinlegen da ein bisschen tiefer da ein bisschen höher da lauter da leiser und da quietschiger und so weiter und so fort und ist auch immer ganz wild am Hebel rumschalten knopfe drücken ja und ungefähr so nach so spätestens nach 70 minuten ungefähr würdest du schätzen ist er dann auch fertig und sagt so also dann sagt er halt zu der frau ist auch eine ansehnliche frau die sind fertig und kurz danach ja sagt der der tonmeister halt er wird dann das alles erstmal abspeichern und am nächsten tag wird er das dann alles so mastern oder spätestens in zwei tagen und dann verabschiedet er auch die frau und als die beiden sich dann sag ich mal in richtung ausgang hindrehen dann so erschrecken sich beide so 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 bisschen so und dann sagt der tonmeister so ach keine sorge das ist ein bekannter den den hört man nie der geht immer auf leisen sohlen oder macht sich ein spaß keine angst brauchst keine angst haben ja und dann geht die sängerin sag ich mal raus und der tonmeister setzt sich hin dreht sich zu dir hin und dann so na was hast du denn das schönste in der hand ich reiche ich reiche eben die platte rüber und sage kannst du die mal auf sämtlichen frequenzen testen ob da irgendwas drauf ist was da im normalfall nicht hingehört die gruppe die die habe ich schon gehört also das ist nicht meine musik aber die haben talent die jungs das kann ich dir sagen nicht meine musik aber die haben talent mir mir kommt es nicht auf das talent drauf an das ist mir eigentlich banane und auch nicht um das genre oder sonst irgendwas mir kommt darauf an dass ich wenn ich habe Leute gesehen oder gehört Taxifahrer hat mich letztens nach hause gebracht der war irgendwie vollkommen von den socken von den jungs also so so richtig na wie soll ich sagen so ja weiß nicht so als wenn er irgendwie shit geraucht hätte der so richtig irgendwie weiß nicht so als wenn er unter Drogen stehen würde aha okay na dann lass uns mal schauen ob an deinem an deiner vermutung was dran ist und dann steht er auf geht zu dem pult rechts öffnet den 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 plattenspieler legt die platte ein stöpselt noch so ein paar kabel um sag ich mal und dann damit es auch über die ordentlichen boxen läuft und dann hört ihr euch soll jedes lied in gänze soll jedes lied durch laufen oder immer nur so bei jedem Lied immer mal so ein bisschen stichprobenartig suchen weil die die platte hat eine laufzeit von 47 minuten und ein paar sekunden ähm ja kannst du also ich meine es gibt ja ganz normale ton arten beziehungsweise ganz normale frequenzen normalerweise drüber laufen ja so darüber müssen sie ja normalerweise also die gesangs ähm frequenzen kannst du vorher schon herausfiltern dass die gesangsfrequenzen eventuell nicht drin sind sondern alles was rechts und links davon ist von diesen frequenzen da muss ich das denn erstmal aufnehmen digitalisieren und das dauert aber ein bisschen bis ich das gemacht habe also ja das geht aber das kann ich mit in der schaltplatte kann ich das leider nicht machen das muss ich dafür erst digitalisieren und dann können wir uns das anhören oder rausfiltern ok pass auf ich packe mein portemonnaie lass ihm einen tausender da oder zwei fünfhunder oder tausend euro ja ja lege die kohle erstmal auf den tisch hinsalge gucke mal dass du hinbekommst wenn es geht zu morgen oder so wenn es geht er schnappt sich das geld auch ganz schnell und ja das bekomme ich schon keine sorge schickst du mir wenn du was gefunden hast sag mir bescheid und damit ich mir anhören kann was da drauf ist na klar na klar oder muss ich nochmal herkommen ich kann dir das ich kann dir das für eine e-mail ist das ich kann dir das auch auf eine cloud hoch laden dann kannst jetzt über eine cloud anhören das geht schon oder du kannst natürlich auch nochmal her kommen alles klar okay sag mir die digitale version auch mitgeben einfach nur als wenn was drauf ist damit ich irgendwas in der hand habe oder sowas in der richtung gut alles klar ich gebe ihm die hand und verabschiede mich dann und dann meine telefonnummer hast du schickt mir einfach eine altertümliche sms ja wo du gerade in der türschwelle stehst da sagst du ach warte mal kurz hast du schon du bist ja auch ein club besitzer sag mal ist das bei dir auch haben bei dir auch diese diese hsg äh typen angefragt ob sie bei dir ein separat ähm sich anmieten können denn bei einem bekannten haben die das gemacht und der hatte gesagt die wirken irgendwie komisch nicht ganz sauber hsg hsg sagt mir gar nichts also davon weiß ich nichts ich müsste mal charlie fragen ob die irgendwas davon mitbekommen hat also ich weiß davon nichts also ich habe keinen Briefverkehr bekommen von denen naja falls es vorkommt dann ja wieso was ist mit den ich kenne ihn nicht aber der 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 eigentümer des death silence hatte gesagt dass die dort ein ein separat ein separat sich gemietet haben und der meinte die also wie wir alle wissen dass das death silence spielt eher halt elektronische musik und diese hsg leute sehen wie rocker hat er gesagt wie rocker wie punks aus und hätten die nicht so eine hohe summe an geld gezahlt hätte er sie auch nicht in seinen laden reingelassen weil naja das beißt sich natürlich schon rocker und elektro leute also zumindest vom aussehen leicht fast gar nicht und sagst mit so einem kleinen grinsen im gesicht okay okay alles klar gut death silence ja genau death silence unten in alt glienicke es ist gar nicht weit von hier okay ist schon fast nur ein Katzensprung von hier gut mal gucken alles klar man sieht sich beziehungsweise man hört sich sagt bescheid ja mach ich wenn du sonst irgendwas von diesen gods hammer oder hammer gods dings bumms puli puli hörst dann sag bescheid oder auch wenn du irgendwas von diesen hsg oder wie die jüngungsräume heißen alles klar gut man sieht sich hau rein bummel nicht so tschö und geh dann aus der Tür raus mach die Tür zu ganz normal und wenn ich dann im Auto sitze death silence punker was haben die geraucht ich kenne Sipper G nur für andere Sachen ja dann sag aber auch also bleibst du jetzt bei GSH ja GSH ist schon richtig okay gut dann war ein Fehler ja ja das richtige war ein Fehler und ist jetzt wieder richtig gestellt also GSH genau also großes G kleines S großes H alles klar okay egal also GSH okay genau gut wenn ich im Auto sitze sage ich dem Fahrrad tippe ihm so auf die Schulter und sage fahr mal zum der silence bitte krame krame dann auf dem Rucksitz also im Fond an meinem Auto rum und stecke in mir noch ein wenig rechtsanwaltliche Beihilfe von den Gebrüdern Heckler und Koch ein okay alles klar ja ja meins durchschlagende Argumente deiner Anwälte genau gut ja ich sag mal also Alexandra wartet halt draußen auf der Straße dabei beobachte ich mal die Schlange und ob ich da muss erkenne wer so alles so abgewiesen wird wer reinkommt vom Typ her aber warte mal Sebastian du bist jetzt vor dem der silence oder ja okay ja es werden halt an männlicher Seite werden nur Muskel Protze also jetzt nicht nur Bodybuilder aber auf jeden Fall sehr sportlich durchtrainiert stark aussehende Leute reingelassen und von den Frauen halt eher die die heißen Bräute naja sexy attraktiv aussehen na okay zum Glück hast du dich schon passend angezogen also ich weiß wie ich reinkomme und ich hol mir mal ein Bier ja ich sag mal das ist auch so mach ich auch ja ja die Zeit vergeht vergeht und an der Schlange ja die ist mal ist sie länger mal ist sie kürzer ist immer so ein auf und ab und irgendwann kommt dann auch Emanuel an kurz danach kommt auch Maximilian an ich sag mal als Emanuel und Alexandra ich geh mal davon aus dass ihr euch zumindest in Richtung Schlange in Richtung aufmacht also zumindest in die Richtung des Clubs geht es äh ja ja sind mal kurz afkar die beiden ja ich weiß und Alexandra wollte sich eigentlich mit Emanuel treffen warum ist sie noch nicht reingegangen nee nee da sind wir auch noch nicht okay weil du schon von der Schlange geredet hast dass sie ankommen und gleich zur Schlange gehen nein so habe ich das verstanden ja ich habe es halt verstanden dass sie dieses treffen nur so in der art ach hallo ich habe auf dich gewartet dann gehen wir los dann machen wir erstmal bei Vanessa weiter ja wie gesagt also du findest da sie ist halt so ein Typen der in so ein separaté reingeht gefolgt von einem ganz normal aussehenden Clubbesucher halt in so einer ja Elektrokleidung diese klassische Elektrokleidung die man so vielleicht kennen könnte weite weite Hosen ganz grelle Farben und so eine Knicklichter überall anhängt und so weiter der geht da ganz einfach mit rein und wie geht der rein also sieht der so aus als wenn er eine freudige Erwartungshaltung hat oder also Mimik und Gäste gucke ich mir praktisch dabei an der ja also der scheint sehr gut drauf zu sein sehr sehr gut drauf zu sein aber also er scheint irgendwie ich sag mal ein Hai zu sein also ob er irgendwie irgendwie Drogen zu sich genommen hat Alkohol weil wirklich schwanken tut er nicht er ist noch sicher auf den Beinen er ist auch nicht so nicht so richtig labbrig aber irgendwie als ob er irgendwie so ich sag mal so ein bisschen Gras geraucht hat und einfach ein bisschen lockerer geworden ist bisschen mehr die Hemmung verloren hat einfach ein bisschen fröhlicher dabei ist ne und geht dann halt rein ja und du ja folgst dann halt mit rein mit deinem dass du halt so irgendwie einen Platz zum Aussuchen gerade ausruhen suchst und ja als du die Tür dann auch öffnest da ist wie so ein ist im Endeffekt ein normaler Raum wo ich sag mal so eine Art Pokerraum wo auch ein paar Leute Poker spielen und und noch eine normal angrenzende Tür die sich gerade schließt und an dem Pokertisch spielen auch welche Poker das sind vier Leute vier Männer die ganz normal aussehen also wirklich ganz normale Straßenkleidung anhaben und einer der zur Tür also zur in deine Richtung guckt der schaut dich dann an und meint so wir sind hier besetzt ihr müsstet dann warten wenn ihr mitspielen wollt nein am spielen habe ich kein Interesse ich würde glaube ich da hinten gerne mal durchgehen wollen und ich weise so in Richtung Tür die sich gerade eben geschlossen hat aha und was wollt ihr da hinten und deutet auf die Tür hinter sich mit so Daumen nach hinten zeigend und ich lechle ihn so ein bisschen verschmitzt an ich bitte wie alt ist die Person die mich gerade anspricht ist bestimmt so ja so Anfang 50 würdest du schätzen Anfang 50 boah Alter und vom Aussehen her also von der Kleidung her ganz stinknormale Straßen Kleidung also nicht also auf der Straße wäre er nicht auffällig hier in diesem gesamten Etablissement wirkt er wie die anderen drei ein bisschen fehl am Platz ja gut also ich würde die waren verschmitzt an lächeln ich bitte sie ich gucke mich natürlich um wo es hier Möglichkeiten für eine Dame und wer weiß vielleicht auch einer Begleitung gibt es sich ein wenig zurückzuziehen und das scheint mir ein guter Ort zu sein hier hinten ist hier hinten da ist geschlossene Gesellschaft für eure Gesellschaft wenn wir sie so nennen wollen da müsstet ihr ich glaube die Tanzfläche ist so stark besucht und es ist ja auch nicht ungewöhnlich dass Gesellschaft auf der Tanzfläche ausgelebt wird ich lehne mich dann so ein bisschen in die Tür geschlossene Gesellschaft sagt ihr hm welche Art geschlossene Gesellschaft tja wenn es wenn ich euch das erzählen würde wäre es ja eine Art der offenen Gesellschaft von daher würde ich euch bitten jetzt dann doch bitte uns hier weiter Poker spielen zu lassen ich gucke ihn noch kurz an zuck dann mit den Schultern und dreh dann erstmal um ok die Widerrichtung tanzösisch und dann halte ich mal ausschaue ob ich noch andere Leute sehe die so ähnlich wie dieser GSH-Typ gekleidet sind ok ähm ne du siehst jetzt nicht weitere Leute die so irgendwie die Initialien tragen ja auch vom Kleidungsstil hätte ich jetzt noch geguckt nicht nur das Initialen ne vom Kleidungsstil ist also die einzigen die ein bisschen normaler oder ein bisschen ja ein bisschen professioneller angezogen sind sind halt die hinter der Bar halt ne aber das ist jetzt auch absolut nichts Ungewöhnliches ansonsten sind alle eher in Richtung ja Party Elektro Richtung angezogen ok dann würde ich praktisch erstmal noch in der Nähe von dem äh separel tanzen und das dabei probieren ein bisschen im Auge zu behalten dass ich halt mitkriege falls die beiden Herren oder einer von denen wieder rauskommen dass ich das dann halt sehen kann ja gut äh ja wie gesagt Alexandra ist draußen am warten und nach der Zeit x irgendwann schon spät in der Nacht kommt dann auch Emanuel an zumindest hält irgendwie in der Nähe ein Auto ich glaube das Auto kenne ich oder er steigt dann aus ja ok äh da sieht er Alexandra mit einem Kleid das geht so bis etwa zur Hälfte der Oberschenkel und was gewisse Körperpartien besonders hervorhebt ähm High Heels so würdest du etwa schätzen ja 10 cm etwa äh dezent geschminkt Hochsteckfrisur ja trinkt gerade so ein Säckchen und wartet prostet ihr gerade zu ja äh Emanuel kann sie auch nicht groß übersehen glaube mit Spun macht Emanuel irgendwas oder ja etwas über 1,90 groß entschuldigen aha na ich werde dann vor dem Death Silence vorfahren werde mich nicht direkt vom Club hinstellen ich werde ein bisschen Abstand nehmen weil ich will es hat nicht viel Sinn wenn ich mich jetzt extra äh bewusst down dress habe wenn ich jetzt in meinem Polo Auto ankomme ich würde mich ein Stück zumindest äh die nächste Straße weiter oder so werde ich mich hinstellen bevor ich aussteige und hingehe also ich werde schauen dass niemand sieht aus welchem Auto ich steige ja ist klar bekommen sie hin also Alexandra sieht dann wie du irgendwie vorbeifährst ähm aber klar äh ist gar kein Thema ich bin ich bin angezogen jetzt wie ein ja wie ein Akademiker aus der Mittelschicht der überhaupt nichts mit der Szene zu tun hat sich vorstellt dass sich ein Punk anzieht also Lederjacke mit Nieten keine Stacheln direkt keine Auffällige dazu oder so Haar ein bisschen zerrupft aber nicht so hart aufgestellt oder gesprayt dass er nicht dass er es nicht äh am nächsten Tag oder in der nächsten Nacht in unserem Fall wieder in den alten Zustand bringen könnte äh was was wir da anhaben was ist eine was ist eine Band die hart genug ist um dort akzeptiert zu sein oder mainstream genug dass es da Emanuel sogar kennen er hat ein Rammstein T-Shirt an ich wollte gerade sagen er hat ein Rammstein T-Shirt an äh Gott er macht einen auf Nerd ja er er macht halt einen so er er ist ein Posse und man wird es ihm auch sofort ansehen dass er ein Posse ist ja ich gehe mal davon aus dass ihr euch beide dann äh ja seht und auch äh trefft ja sie umarmt Emanuel auch begrüßt ihn halt so als Brüder schön na frisch verlobter und so weiter sodass es nach außen hin so aussieht als ob ja Schwester begrüßt Bruder um ein bisschen zu feiern hm ja ich erwidere die umarmung nicht ganz so liebevoll zurück also es wird für außenstehende definitiv ein bisschen einseitig aussehen weil es ein bisschen einseitig ist aber ich ja ich werde mich auf jeden Fall äh hinmelden wir haben sie hakt sich bei ihm dann auch ein namen von dem vertreiber der cds ja komm lass uns reingehen gut zwinkert ihr zu ja ähm macht sich dann mit ihm dann auf den weg einer schlange vorbei die auch Vanessa äh ja okay ja ob jetzt christians charakter noch mit dazu kommt genau also im endeffekt ich sag mal ihr geht an der schlange vorbei anders oder maximilian will maximilian direkt vor dem club abgesetzt werden oder auch in der nähe das ist mir relativ also nee pass auf ist vor dem club fährt ne ich hab es mir gerade raus ähm ein amg s65 4matic schwarze getönte scheiben vor die tür geht auf maximilian steigt aus ja und kümmert sich um den pöbel gar nicht der da grob steht geht direkt zu dem rausschmeißer hin ja 500 euro schein in die hand und geht einfach durch oder macht die anstattung durch zu gehen ok passiert was ja da komme ich gleich zu ähm im endeffekt äh emmanuel und äh alexandra gehen an der schlange vorbei ringwart ist dann gleich mit wenn er kurz bei uns da ist dann würden wir die zähne wahrscheinlich mitbekommen oder da komme ich jetzt dazu ähm wie gesagt ihr beiden geht an der schlange vorbei und dann sag ich mal geht also kommt aus dem sichtfeld der parkenden autos kommt ja maxi nulian der geht halt auf den ostblock aussehenden urumuv geht da dann zu drückt ihm irgendwas in die hand der guckt nur so ein bisschen also der der türsteher guckt nur so ein bisschen tritt zur seite und lässt würde maximilian reinlassen das würdet ihr direkt sehen ihr seid aber nicht wirklich weit entfernt vielleicht so ja so drei dreieinhalb meter seid ihr sag ich mal von dem der schlange entfernt und dann antworte ich auf russisch zu ihm weil ich gehe davon aus sieht er aus wie ein russe er sieht auf jeden fall wie ostblock aus ok dann antworte ich auf russisch nach dem motto alles klar oder danke genosse genau genosse oder sowas und hab noch einen schönen abend oder so und gib das auf einmal aus er antwortet auf russisch danke für das trinkgeld viel spaß danke werde ich haben und geh dann rein was macht der kürbel die sind irgendwie kurzzeitig still also so totenstill da müsste nur noch so dieser strauch durchs bild irgendwie wehen und dann so wie kann das sein der kauft sich hier ein ich hab hier auch geld los lass mich auch rein und der schmächtige der brüllt dann wiederum haltet die fresse nicht noch das zweite mal heute abend ja wie gesagt emmanuel und alexandra sehen dass das passiert im endeffekt kurz vor euren nasen und alexandra lächelt leicht und wenn der große schon bei vanessa sie schon mit link ausgezogen hat wird sie bei alexandra wahrscheinlich sabbern guckt dich auf jeden fall auch an ja es läuft auch so dass die aufmerksam auf sie ist dass sie nicht ganz so auf emmanuel achten beide aber und er würde dann auf jeden fall so langsam dich sag ich mal mit dem blicken irgendwie ausziehen auf jeden fall hallo mein hübsche was dagegen ist noch für mich und meinen bruder platz der will gerade so den mund aufmachen und dann kommt der schmächtige irgendwie drückt sich so ein bisschen dran vorbei und sagt zu dir alexandra für dich auf jeden fall aber für ihn weg mit dir du passt hier nicht hin und wenn so mit so mit der hand so hand anzeichen weg scheuchen wieso denn ich habe jetzt keine geduld schritte du bist vor den drin kriege ich das mit ich würde versuchen mit dem zu verhandeln sie zu überzeugen mit meinem aussehen ihn doch rein zu lassen du kannst dein überzeugen mit dem aussehen machen und ich hoch die geben bonus ein würfel extra ok was willst du überzeugen mit dazu haben charisma oder auf jeden fall ja manipulation sein oder klar aber in dem fall probierst du ja eher ihn dazu zu manipulieren seine meinung zu ändern und sag einfach was also ich würde auch manipulation ok und mehr überzeugen habe ich so dann kriege ich zwei durch aussehen plus ein spezialität sind drei und direkt ich sag mal auf der naja so kurz bevor Maximilian sag ich mal bei der tür ist würde er das dann mitbekommen vier erfolge ja ja fünf der der hunger zählt auch als Erfolg mit ja der ihr unterhaltet euch da so ja den kann man nicht reinlassen nee doch geht und geht immer hin und her und dann sagt der schmecht ja komm sagt er zu uhrumruf sag ich mal hier wir machen eine ausnahme die die können gut geld dalassen wie sie aussieht und dann würden die beiseite treten und euch reinlassen meine hübschen und geht weiter wackelt noch extra mit dem hintern nicht nur für die türsteher sondern auch für die in der stange stehen in dem moment wo ihr halt vorbeigeht und so ja in richtung der eingangstür geht wo auch maximilian steht und sich vielleicht umdreht ich wie gesagt maximilian bekommt du stehst vor der eingangstür und bekommst halt mit nee den schmechtigen den lassen wir hier nicht rein und dann würdest du das wort gefecht mitbekommen machst du da irgendwas oder also währenddessen ich drehe mich um wie viele schritte sind die entfernt die sind ich sage mal drei vier meter hinter dir ja so vier meter ungefähr ich gucke mir das an sollte ich den eindruck gewinnen dass wie heißt er nochmal maxi ne emmanuel nicht mit reinkommt würde ich hingehen und irgendeinen spruch zu den jungs lassen ok ja wie gesagt du bekommst halt mit dass nach ein paar augenblicken die beiden türsteher zur seite treten und emmanuel wie auch alexandra vorbeigehen dürfen und auch tun ok dann bleibe ich vor der eingangstür stehen bewege mich nicht weiter in die richtung nicke ganz kurz emmanuel zu und jetzt alexandra grinsen und können wir jetzt reingehen oder ist die tür offen oder was ist das jetzt wie sieht das jetzt aus die tür ist im endeffekt es ist halt so ein ich sag mal wie vor so also ist wie nennt man nochmal hier so eine art baldachin sag ich mal vier meter lang gespannt beim genaueren hinsehen seht ihr aber ja das wirkt ist nur so zur show so ein baldachin und da ist eine normale tür ganz normale tür sag ich mal die könnt ihr öffnen aber als die beiden halt vorbeigelassen werden da fängt die masse also wirklich gerade die erste reihe der wartenden leute fängt richtig an rum zu pöbeln wie das sein kann und dieser penner der sie wieder auszieht und so weiter und so fort und der russisch aussehende türsteher der dreht sich dann um holt mit der rechten faust aus und drischt einer frau so dermaßen eine dass die wirklich auf dem fußboden landet und ja irgendwie es wird urplötzlich still und dann tritt er nochmal so richtig in die magengrube mit rein der schmächtig aussehende nimmt die Frau also zieht die Frau einfach so an der hand und ja hebt sie hoch wirft sie einfach auf die straße geht zurück und dann ruft er so will noch jemand hier stress haben oder genauso gleich landen wie die olle schlampe wenn ihr euch umdreht dann seht ihr das definitiv Gott euch mal kreatives fluchen kann diese kleinen kamen warte der kleine schmütige ja hätte er es mit seiner körperkraft schaffen können ist halt schwer der ist halt normal angezogen ist schwer einzuschätzen auf jeden fall der hat sie also jetzt nicht so mal mit einer hand hoch er hat sich in die hot hock gegangen hat was normal schweres wie man es halt macht aus den knien krallen rücken und so weiter hat er sie hochgenommen und hat sie dann so sage ich mal zwischen den parkenden autos so entlang geworfen okay okay ich hätte jetzt gesagt er hätte sie jetzt irgendwie mit einer hand oder so nee sorry das nee so nicht gut alles klar dann gehe ich zur türen greift den griff macht die tür auf und deutet dann vanessa und dings das ist alexandra mein wegen auch und bedeutet dann dass sie durchgehen sollen und ich sage dann wenn sie vorbeigeht nach dem motto ladies first sage ich dann so schritte vorgehen und gehe dann anschließend rein einfach nur so flacks ja ihr kommt wie gesagt rein ist wie ich das schon vorhin erklärt hatte ist halt der ist sehr gut besucht es läuft immer noch irgendwie eine hardstyle vielleicht in richtung speedcore geht es gerade also das ist deutlich schneller härter so bpm von 400 bis 500 ungefähr falls euch das was sagen sollte beats pro minute ja 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 also die bar fühlt sich dort im Manuel tatsächlich mehr zu haus noch ein bisschen als beim metal ja dann ist das für dich hier relativ angenehm also du hast zwar mit dem anderen gerechnet bist aber doch positiv überrascht ja die bar die halt an der rechten stirnseite ist ist halt die ist übervoll da hat sich nichts getan die wird schon fast eingerannt so viele wollen da was irgendwie haben wie es halt immer der fall ist und ja die leute feiern alle ausgelassen ja und die Luft die ist halt die die kannst halt wirklich schneiden also weiß ich nicht qualm alkohol schweiß irgendwie weiß ich nicht im untersten unterton so art vielleicht irgendwo ein bisschen sperma noch mit dazu also ja daher scheint heiß herzugehen es hat das ganze wenn ich am anfang also eigentlich seit ich aus dem auto ausgestiegen bin bis jetzt dann am extremsten war es natürlich bei der konfrontation an der tür aber wenn ich in der zwischenzeit irgendwie mehr angespannter war oder nervöser irgendwie gewirkt habe oder steifer dann verfliegt das jetzt für mich ist für mich hat das jetzt gerade was sehr entspannendes das sieht man mir auch an also gerade dass ich ich na ich bin ich habe Emanuel dann Schluss gelassen als was andere waren ja vielleicht liegt es auch daran dass ich nicht mehr in Business Klamotten bin aber ich werde tatsächlich ein bisschen tanzen gehen nicht so wie ich sonst mache in die Mitte vom Floor drängen aber zumindest an der Peripherie sieht man mich immer wieder okay ja ist wie gesagt alle die hier irgendwie tanzen Männlein wie Weiblein sind alle ja haben alle so diese diese das hatte so einen richtigen Namen diese diese Haus Klamotten haben die halt alle an tanzen alle ist wirklich feucht fröhlich irgendwo an einer von euch wenn er sich unter die Masse mischen sollte spätestens ins Ben sage ich mal bekommt mit das irgendwo in einer Ecke sage ich mal wo zwei irgendwie rum machen sie bläst ihm irgendwie ein das stört keinem wirklich da die machen alle einfach ihr Ding und haben eine sehr gute Zeit okay ja ansonsten dürft ihr dann einfach mal also bis auf Vanessa 5w10 bitte würfeln als ihr euch unter die Masse mischt ja bei dem eine 15 steht keine ahnung das ist aber nice ja wie sieht es bei Emanuel und Maximilian aus Sekunde habe gerade ein Geschäft erledigt jetzt musst mir noch mal erklären wie das geht ich bin zu doof da hast du ganz links auf der card hast so eine kleine list und da ist auch ein Würfel drauf zu sehen richtig habe ich so da hast du den reiter advance roll da gib mal 5w10 erstmal ein aber noch nicht rollen okay so jetzt gehst auf compounded shadowrun style machst da das Häkchen rein so da drunter ist target number da musst jetzt raussuchen kleiner oder größer musst das größer zeichen raussuchen und daneben in das Feld ben bist du noch da du würfelst auch mal bitte 5w10 da ist er hast 5 erfolge keine ahnung warum beim letzten der 12 fehlt keine ahnung wie war 10 ist das ist auch nicht schlecht okay auf jeden fall kritische erfolge gibt es keine mehr oder doch aber nur wenn es zwei 10en sind dann ist es ein kritischer 10 ist ein normaler erfolg im endeffekt ja alexandra und maximilian bekommen auch irgendwo in der masse vanessa mit die die tanzt da einfach rum ja und ich gehe zu ihr hin und tanze sie an ja und emmanuel verliert alle die anderen beiden sprich alexandra und maximilian aus den augen der tanzt auch irgendwie macht sich unter das volk aber du verlierst die anderen beiden aus den augen ok ja ich schlawenzel immer so ein bisschen um die tanzfläche drumherum und bleib mal hier 10 minuten stehen da mal 15 minuten gucken das alles so ein bisschen an nehme die die gegend so ein bisschen in den augenschein und so weiter und so fort also ja ja du kannst wie gesagt vanessa wie auch alexandra immer mal so bekommst du immer mal wieder ins blickfeld na ok ja ansonsten ja auf einmal kommt bei vanessa kommt auf irgendwie alexandra an tanzt dich auch an ja ich würde ich würde tatsächlich darauf eingehen und dann anfangen ganz eng mit ihr zu tanzen und währenddessen hier auch zuflüstern das sind im separat vier vier waren das hier herren die nicht in den klub passen pokerspielen und dass da noch eine weitere tür ist die ein rocker mit einem aufschritt mit der aufschrift gsh auf der jacke mit einem typen verschwunden ist und dass der der sah doch genauso aus wie der der die rituale in dem anderen klub geführt hat oder ähnlich auf jeden Fall sehr sehr ähnlich ja gut und dass ich annehme dass der auch so eine ritz rituale für dieses für die band und für dieses album macht wie in dem anderen klub ok dann gebe ich dir aber auch die infos weiter die sie bisher gesammelt hat auch dem teil das mit gsh das mit der kohle selbstverlegen gold also folge dem geld und die info dass immanuel und max noch da sind ihr habt euch ja ganz schön zeit gelassen hab doch ne freundin beim rainbows besucht ähm äh bei äh emmanuel als äh ja du tanzt du auch holst du dir was zu trinken was was machst du so so kurz umrissen ja doch auch der ich weiß ich hab vorher schon auf den hunger gewürfelt aber der der club oder die stimmung da regt jetzt doch meinen hunger irgendwann ich werde es ähnlich abziehen wie äh ja eigentlich wie in der letzten nacht ich werde mir jemanden suchen zum antanzen ähm hm ja äh du du findest auch eine zum antanzen zum antanzen oder einen je nachdem was du was dir gerade so vorschwebt ähm ist mir versuchte in das in das in das gsh separat zu ziehen ähm ja ich ich warte einfach auf den auf den oder die erste die auf mich anspricht hm na ist auch blöd nach was hm du wie gesagt du du hältst auch ich suche nur jemanden der eher zu der zu der üblichen Gruppe gehört als oder zu dem üblichen Klientel von dem Club gehört als von den von den Neuzugängen der heutigen nacht auch wenn ich gerade nicht auch wenn ich gerade äußerlich zumindest in der anderen Szene bin ich suche mal jemanden aus meiner eigenen okay ähm ja du hältst Ausschau und die könnte nee doch nicht und hältst immer mal wieder Ausschau und hast immer mal wieder das Gefühl die könnten es sein aber dann irgendwie doch nicht und irgendwie habe ich irgendwann ja ich habe doch von von der vorigen nacht noch eine manische Blutresonanz ich werde mir jemanden suchen der gerade äh der gerade ich weiß nicht wird mein charakter wird ja sicher ungefähr zumindest erkennen können ob wer auf drogen ist ich suche nur jemanden der gerade auf irgendeinem upper ist auf speed oder auf ecstasy oder irgendwas pushendem nicht auf was was runter macht nicht ich 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 suche gerade wirklich wenn der aufgeputscht ist ja 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 du findest auch irgendwo mitten im pulk findest du auch äh ein Mann der da tanzt der scheint der ist total richtig euphorisiert halt der scheint irgendwas genommen zu haben was dir gefallen würde sage ich mal oder was du gerade suchst und denke ich auch und als du dir einen Weg dahin bahnst ähm ja rempelt dich sage ich mal irgendwie von von links äh eine Frau an und als du die anguckst dann so ein bisschen so einfach dieses andere angerempelt dann so kurz hingucken nicht fallen und na wie man es halt so hat dann so nee das ist keine Frau das ist eher noch ein Mädchen also wenn überhaupt ein weiß ich nicht ne jugendliche würdest du sagen ist das und genau in dem Moment als du da sage ich mal so ein bisschen naja diese ganze Situation diese klassische Sekunde alles ordnen ähm sagt sie so ganz lassiv sagt sie dann irgendwie zu dir aber natürlich relativ laut wegen der Musik ne du siehst aber sehr angespannt aus hast du hast du nicht Lust dich zu entspannen ich kann dir dabei auch sehr gut helfen und die wird sich auch langsam an dich ran machen komm schon ich kenne ja auch ein gutes plätzchen wo wir wo wir nicht gestört sind und wird nach deiner linken hand greifen und wird versuchen dich sag ich mal so ein bisschen greif ich komme ihr noch zuvor ich sehe wie sie wie sie nach meiner hand greift und greife vorher noch nach ihrer ja das wird das richtige ja dann dann komm ich folge dann folge mir und sie so richtig sie kuschelt dich sie kuschelt sich so richtig an mir ran und mit der ich bin mit der hinten gerade überall also an ihr ist ich halte mich da jetzt nicht zurück ja da musst du würdest jetzt so beim du würdest sie wahrscheinlich so wirklich auf 16 17 schätzen aber so die lässt das total mit sich machen und fängt auch irgendwie mit der freien hand dir in richtung schritt zu gehen so ein bisschen also in richtung deines schrittes zu gehen führt dich allerdings ganz gezielt sage ich mal von der von der tanzfläche runter zur linken wand würdest du schätzen und ja da ist eine Tür die zu einer Tür würde sie dich halt führen ja der rest sage ich mal auf jeden fall alexandra und maximilian gerade maximilian wird das denn von seiner position auch sehen wie ja emmanuel der fummelt kraft an einem jungen mädchen sage ich mal kraft die gehen zu der Tür hin ich drehe vanessa so dass es auch sieht vanessa kennt die richtung in der tür war sie wohin schon mal dran oder hinter der tür war sie schon mal genau so ne sauerei jetzt werde ich aber wirklich ärgerlich also alexandra du hörst auf jeden fall so ein ganz leichtes knochen von der seite ja und das hört sich tatsächlich ein bisschen nicht sogar nicht so wie man so ein ganz kurzes ärgerliches knochen sondern schon so leicht tierisch an ähm muss man warte kurz gucken wie sieht denn das Mädchen aus also das Mädchen ist so ja so um die zwischen 1,60 also 1,60 1,65 ungefähr hat ist brünett hat lange braune Haare die ihr so bis zur Mitte des Rückens ungefähr bis zum Steißbein gehen könnten trägt ein also trägt kein also trägt ein cocktail kleid ein rotes cocktail kleid darunter trägt sie so schwarze satin eine schwarze satin leggings oder oder strumpfhose wahrscheinlich eher trägt sie high heels allerdings nicht allzu hoch weiß ich nicht so drei vier zentimeter ungefähr sie sieht auch ja sieht ganz hübsch aus ist jetzt nicht so so wahnsinnig herausragend sieht aber ganz hübsch aus ja sieht aber an sich relativ jung noch aus aber sie genießt das total dass Emanuel an ihr überall rumfummelt und sie hat auch eine Hand sag ich mal irgendwie an seinem Schritt sieht sie aus halt wie so ein normales Mädchen was man hier ein oder als wenn sie sag ich mal personell angestellt wäre in gewisser Weise das könnte tatsächlich beides sein also es ist schwer zuzuordnen ob sie jetzt sag ich mal eine Besucherin oder eine Angestellte ist und wirkt sie so wirklich vital und gesund oder auch ein bisschen wie man kennt die auch ein bisschen ärmer sind so obwohl herausgemacht trotzdem vielleicht ein bisschen abgeschlagen und mitgenommen wenn man halt so ins Gesicht tut oder ähnliches die wirkt total normal vital dann dann schützt nicht an zu sehr aber ich höre trotzdem irgendwas im laden auf was irgendwie anders ist sind irgendwelche sicherheitsmaßnahmen oder sind irgendwo wo wo sicherheitspersonal oder was in der richtung oder leute die so aussehen könnten du siehst jetzt kein direktes sicherheitspersonal allerdings siehst du hier da und dort und hier und dort kameras an der decke nicht unbedingt ungewöhnlich dann siehst du und halt in der nähe der in der nähe des dresens siehst du sag ich noch im dreh oder hinterm dresen ist eine größere tür auch nichts ungewöhnlich ist aber links rechts neben dresen sind auch nochmal zwei türen wo auch jeweils eine kamera drüber hängt und wenn du das so ein bisschen mit deinem club vergleichst dann würde es sinn machen wenn aus diesen türen links rechts vom dresen dann da wahrscheinlich irgendwie so der raum irgendwie wachpersonal wahrscheinlich dahinter ist oder wo sie recht gut schnell in den laden reinkommen können ja ansonsten halt was nicht so richtig hundertprozentig reinpasst oder was ein bisschen komisch einfach aussieht aber das ist wahrscheinlich dem gebäude selbst geschuldet ist halt diese tür wo naja emmanuel von dieser lütten schnecke sag ich mal hingezogen wird ne und ja ja das war's ok und wo waren jetzt die pokerspiele hinter dieser tür genau hinter dieser tür hinter der jahren will jahren will dass wir zu dieser tür gehen und da durch gehen also das ist eine normale verschlossene tür die ja kannst halt nicht durchgucken nur ja ok gibt's nur eine etage oder zwei etagen oder nee es würde noch mindestens eine zweite etage geben also von draußen konnte man erkennen dass es zweietage ist das haus nur jetzt von dem gesamten in den raum war keine möglichkeit nach oben hin also es gibt sicherlich eine aber die ist dann durch eine der türen sage ich mal zu erreichen gut ich gehe mal zur theke oder ich schnappe mir irgendeine von den den bedienungen die da rumlaufen oder wenn da welche rumlaufen oder 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 und frage der mal wo die hier das klo haben ja also bedienungen laufen hier nicht rum das sind nur drei mädels sage ich mal die hinter dem dresen arbeiten du wartest ein bisschen drängelst dich ein bisschen vor wie man es halt so macht im club und wenn du dann dran bist dann sagt sie ja hier sie schreit dich schon fast an Musik halt deutet auf die Tür die links vom dresen ist also wenn du auf den dresen guckst links vom dresen da können sie sich erleichtern alles klar gut dann gehe ich in die Richtung gehe auch rein und was finde ich vor genau also das dahinter ist ein kleinerer also ein Gang so fünf Meter lang links geht es zu der Frauentoilette rechts zur Männertoilette direkt gegenüber der Männertoilette ist noch eine weitere beziehungsweise an der Stirnseite also an der rechten Stirnseite ist noch eine weitere Tür nach links gehen die Toiletten ab ist ansonsten ein der schlichter Gang also der ist nicht dekoriert nicht angemalt puren Beton kannst du da noch sehen die Klos sind klar was ist mit der anderen Tür ist die verschlossen die hat ein normales ist eine normale Holztür ist angemalt halt also ja mit irgendeinem braunen Lack sag ich mal angemalt hat eine Türklinke Schloss und wenn du versuchst die Türklinke sie ist verschlossen okay ein ganz normales Schloss sieht von außen so aus also du kannst jetzt nicht erkennen ob das irgendwie also ist ein ganz klassisches 0815 Schloss so sieht es zumindest von außen aus ja okay gut dann gehe ich aufs Klo nimm kein Pissoir sondern nimm richtiges Klo und spiel also ein bisschen rum und dann keine Ahnung lass ein bisschen was plätschern und dann mach ein paar Piss Stöhngeräusche wie auch immer höre ich noch was anderes oder bin ich alleine ne ne du hörst was anderes du gehst halt rein dann hast gleich links sag ich mal ein waschbecken zwei waschbecken nächster raum da hast du dann fünf pissoirs vier toiletten rechts daneben also auf der rechten seite vier toiletten und die erste tür ist verschlossen und da kommen auch weibliche Stöhngeräusche raus es wird gegen die tür ein bisschen geklopft gehämmert sag ich jetzt mal genau die schieben dann eine Nummer und ansonsten ist das ruhig und das die toilette ist tatsächlich relativ sauber ist jetzt keine luxustoilette aber sie ist auch für einen Club relativ sauber ja gut alles klar wenn ich dann fertig bin nach einer Minute oder zwei machen wir da alles so wie es normal war geht es immer mal handwaschbecken wasch mit die Hände geht dann ganz normal raus in dem gang ist da irgendwas ne da ist der ist total leer bis auf die drei tüten okay also eingesteckt habe ich mir diebes werkzeug jetzt nicht oder sowas in der richtung könnte ich die schür aufknacken das würde sicherlich gehen also du rüttelst also wir probierst mal so ein bisschen ab sie ist verschlossen würde es jetzt so ein bisschen durch das rumprobieren sagen dass das kein sicherheitsschloss ist also du müsstest irgendwie kraft aufwenden aber das ist wahrscheinlich möglich die sag ich mal aufzubrechen ein schild steht da nicht dran zum beispiel privat oder sowas in der richtung oder nur für personal nein also es ist ein sag ich mal es ist ein feld für ein schild da aber da ist kein schild keine aufschrift da wenn du die aufbrechen möchtest dann wäre das dann müsstest du stärke wie kommt halt drauf an ob du jetzt ruhe gewalt anwenden möchtest oder dass das nicht jeder sofort hört sag ich mal dass es nicht jeder sofort hört und auch nicht jeder sofort sieht dann würde ich da eher stärke und verstecken also stealth heimlichkeit je nachdem wie es übersetzt worden ist heimlichkeit also körperkraft und genau körperkraft und heimlichkeit heimlichkeit ist ein skill eine fähigkeit heimlichkeit heimlichkeit da okay heimlich habe ich nichts körperkraft habe ich zwei punkte was mache ich da genau muss auf den würfel der rechts neben körperkraft ist klicken und dann wählst du den dann klick darauf und da kannst ein attribut aussuchen ich klicke da drauf nichts passiert so da müsste eigentlich ein feld aufgemacht soll worden sein mit ein attribut genau ich habe jetzt zweimal auf ich brauche es aber nur einmal kann ich jetzt auch wieder weg kern so dann fragt er noch ob irgendwelche modifikation ja genau so strange ähm ne sagt er fragt er mich jetzt nicht und dann einfach nur sub mit oder wie genau wenn du keine modifikationen hast jetzt mal modifikation ok was genau da hast du null oder hast du irgendwie eine spezialität die disziplin stärke habe ich was hast du unter den disziplinen als als kraft als stärke habe ich da körperkraft disziplin ne als als power sage ich mal was hast du da genommen körperkraft ja aber du musst ja eine kraft ausgewählt haben unter stufe 1 gibt es ja verschiedene kraft die du auswählen kannst stärke genau also ich habe da stehen rechts steht link steht stärke dann power 1 und dann körperkraft und dann steht disziplin ja genau und wenn du da unten bei powers da gibt es ein pfeil wenn du da drauf drückst dann wird eigentlich deine kraft die du ausgesucht hast also bei stärke stufe 1 gibt es tödlicher körper und gleitender sprung tödlicher körper passiv ist aber nur bei unbewaffneten angriffen spielt das eine rolle ich würde aber sagen da kannst du dann ein bonus von 1 in dem fall also modifikation 1 genau ok und dann submit richtig ja genau hat hat er jetzt gewürfelt na das kann auch ein bisschen dauert manchmal ein bisschen also gibt es einfach normalen da ist es ja du bekommst die tür aufgebrochen sie ist tatsächlich nicht so also du musst dich ein bisschen anstrengen ist jetzt nicht ganz so leise aber du bekommst sie auf jeden fall aufgebrochen ich gehe rein machen wir ja aber wir machen erstmal draußen weiter bei den anderen wie gesagt ben wird halt also emanuel wird halt zur tür hingezogen also so nicht richtig per gewalt aber lass sie hingezogen alexandra vanessa sehen das machen alexandra vanessa irgendwas währenddessen außer so ein bisschen rumknurren von vanessa ja ich würde direkt mich folgen genau direkt folgen damit ich mitkriegen kann ob die wieder rausgeschickt werden oder ob das weitergeht also ob die durchgewunken werden ja ja die bei emanuel macht emanuel auf dem weg zur tür sage ich mal noch irgendwas abgesehen an den mädeln rumfummeln ben sobald sie durch die tür geht ich nehme an die ist kleiner als ich ja die ist so 1,60 1,65 sobald sie durch die tür geht werfe ich einmal kurz einen blick über ihre schulter ob wir dann in dem chrome allein sind sie öffnet die tür ihr geht rein ihr seid nicht alleine es ist ein pokertisch da es spielen vier männer poker also die spielen auch tatsächlich poker und der der in richtung des eingangs also wo ihr gerade reinkommt der da sitzt so mitte anfang 50 normale straßenkleidung hat er an der grinst einfach nur und winkt euch sag ich mal so durch das junge mädel würde links um den tisch herum gehen und würde die tür die angrenzende tür öffnen und würde dich da durch boxieren so sie schiebt nicht zuerst ja also sie sie würde schon vorgehen aber wirklich halt so ganz lassiv solange sie vorgeht weil ich will hinter ihr bleiben und in dem moment wo wir durch die tür sind und wirklich keine augen mehr auf uns sind werde ich sie mir greifen also gegriffen habe ich sie ja schon aber werde ich sie an die nächste wand drücken mit dem gesicht nach vorn und werde ihr von hinten in den nacken beißen ok na wenn er so viel tanzt er muss er auch hunger kriegen oder ja aber sowas von ja du bekommst das auch ohne weiteres hin die wehrt sich nicht wirklich dagegen du kannst auch die fänge in ihrem nacken versenken sie du merkst wie schon wie beim orgasmus sag ich mal wie so ein zittern sie durchläuft und kannst dann von ihr trinken können gibt es eigentlich noch ich habe mir jetzt nicht dass das neue regelbuch so genau angeschaut wegen wegen den blutpunktkosten zum tun als ob man noch ein mensch wer blut gibt es immer noch also blut ausgeben um menschlich zu wirken genau das ist blut of life genau hängt aber davon ab wie menschlich du bist ob du das machen kannst dann würde ich gerne das klingt nicht so dreckig aber ich würde gerne den blut of life benutzen damit ich eine erektion haben kann ja dann dann würfel mal den blut raus ne wie hieß jetzt hier blutschub so hieß der weil du musst halt dafür blut ausgeben und entweder ist es genug oder zu viel und dann wirst du hungriger was hat denn der blutschub der ist auf der ersten seite ganz unten links also direkt unter der resonanz ist der da ist bei mir raus ja ja genau genau im englischen heißen raus oh wird nix doch also du du pumpst wirklich blut in die ganzen kapillargefäße du hast auch den bonus davon du erhältst auch eine erregung aber aber du wirst hungriger das heißt dein hunger steigt um einen punkt du hast einfach zu viel blut sag ich mal in deinen körper gepumpt mehr blut jetzt ausgegeben im füttern als ich bekommen hab toll na na passt schon passt schon ja als du von ihrem blut trinkst sie hat eine blutige beziehungsweise im englischen sanguine resonanz ok und die wäre sogar so potent wenn du die präsenz äh die disziplinen blood sorcery oder presence also blut magie oder präsenz hast dann würde die disziplin auch einen bonus würfel erhalten solange bis du das nächste mal was trinkst ich habe präsenz ich bin torriert dann ja wie gesagt du trinkst von dem blut du merkst sofort oh die ist wirklich diese resonanz da drin die ist so die ist so aufgebracht diese lütte dieses mädchen und das ist einfach blutige resonanz aber die ist schon so tief und so so reich so völlig so würzig sag ich mal das blut von ihr das ja deine disziplin präsenz dann ein bonus würfel erhält sie genießt das sie sie gibt sich dir total hin und fängt auch an irgendwie ja deine erregung zu streicheln anzufassen damit rum zu spielen kümmert sich um gar nichts anderes so die anderen beiden mädels draußen ja ihr seht halt wie emanuel und das mädchen durch die erste tür gehen und ja wir folgen direkt jetzt würde ich nicht unbedingt folgen und als die tür halt so am zu fallen am zu gehen ist seht ihr dass die zumindest zwei männer könnt ihr sehen also den direkt rechts von der tür und so naja der würde in der tür sitzen sage ich mal die gucken zwar nur in den zum eingang einmal hin aber tun sonst nix die gucken kurz hin und spielen dann sofort weiter ich würde mich dann alexandra zuwenden also ich habe es schon probiert durchzukommen alleine klappte das zumindest nicht ja das ist noch ein wenig vorlauf vorgehen nicht die waffen einer frau wenn du meinst ist du da so normal einfach reinkommst und ich ziehe eine meiner augenbronn die lächelt dich an kriecht ihr ihre brust dann noch ein bisschen ja ich denke wir können ja versuchen die herren zu überzeugen uns rein zu lassen und grins dich dabei an nach dir ja kennt sie besser ihr könnt mich ja erst mal vorstellen ich ich kenne die nicht ich habe nur gesagt dass ich hier rein will und nach einem Ort suche den ich mit jemandem zusammen ausrufen könnte und sie meinten das soll man eher dann im normalen tanzraum machen ja ja wer möchte die tür öffnen öffnet einer von euch die tür geht zuerst vanessa dann ja würde ich die tür öffnen alexandra an der hand nehmen und reingehen als wenn ich gar nicht mehr erwarten kann und das sehr eilig habe mit ihr ok ja ihr geht rein es sind wieder die vier männer also für vanessa noch die gleichen vier männer am spielen für alexandra ja vier neue männer halt und der der anfang 50 ist mit dem du auch vorher schon gesprochen hattest vanessa der blickt dann auf und ach ihr schon wieder ihr habt ja jemanden gefunden habt ihr also doch einen Grund durch diese tür hindurch zu schreiten natürlich habe ich doch gesagt und was für ein Grund wäre das denn kraule offensichtlich den nacken von vanessa ich ziehe so ein bisschen die augenbrose hoch wie so ein ernsthaft das fragst du noch und hab dabei halt auch eine innige umarmung mit alexandra also ich bin der letzte der eure zusammenkunft ja schmähen möchte aber ihr müsst verstehen hinter der tür ist eine geschlossene gesellschaft die auf die sich auf die zahl drei versteht und seht halt löst sich von vanessa geht zu mir hin streicht ihn so über ein kind wollt ihr mitkommen und die drei nee nee ich kann die drei an keinem von euch erkennen brauchen wir denn für die drei tja das kann ich euch leider nicht sagen weil uns wurde gesagt folget dem gsh ah wenn das so ist dann kann ich natürlich eure zweisamkeit dann dürft ihr gerne eure zweisamkeit hinter der tür ausleben habt viel Spaß ab dank danke und ich schwinge die noch so ein bisschen zu während ich mir alexandra wieder schnappe und dann geht ihr durch die tür durch und unmittelbar dahinter drückt emmanuel das junge mädel an die wand hat ja nuckelt irgendwie an ihrem saugt an ihrem nacken rum sie fummelt an seiner hose rum versucht die zu öffnen so hinter dem rücken sage ich mal die die hose irgendwie zu öffnen ja ihr könnt auch erkennen dass so ein bisschen blut an ihrer an ihrem hals die schulter ins dekoté so ein bisschen irgendwie reinläuft aber die ist so die weiß nicht hat irgendwie den orgasmus ihres lebens ist so eine art ich lege mir während ich sie jetzt bei die lippen so ich löse mich jetzt kurz von der und was mache ich also ich sag mal das wäre für dich bänden wäre das eine Szene und wenn du jetzt nicht nicht gewalttätig wenn du nicht gewalttätig von ihr trinken möchtest könntest du bis zu zwei hunger damit stillen beziehungsweise auf maximal einen runter weil auf null geht es nur durch einen freiwilligen Tod sondern also wenn du jemanden umbringst okay ich werde stattdessen mit dem bis erst einmal aufhören und ihr ins ohr flüstern ich stelle mich den gsh vor und dann beiß ich dich vielleicht nochmal da als sie so gerade irgendwie den ja sich an deiner unterhose zu machen zu schaffen macht da sagt sie da haucht sie so richtig natürlich gerne gerne aber aber mach weiter das ist so jetzt ja da so ein bisschen irgendwie verfliegt gerade jetzt so diese dieses afrotasier kum sag ich mal verfliegt so bei ihr und so leicht schmollend also so leicht schmollend aber dieses schmollend ist so gekünstelt ist so gespielt geht sie dann sag ich mal den Flur entlang und ihr könnt halt jetzt im Endeffekt auch sehen ist einfach nur ein schnurgerader Gang der vielleicht so zehn meter lang ist einfach nur purer beton und am ende folgt eine weitere tür aber wir gehen erstmal wieder zu maximilian 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 hat halt die tür aufgebrochen und die tür musst du halt ganz normal aufdrücken und dahinter kommt im Endeffekt ja ist ein weiterer raum ist so ein aufenthaltsraum mit einem kühlschrank mikrowelle ein tisch ein paar stühle eine teeküche ist da und ein weiterer eine weitere tür die nach links geht also an der linken wand ist ansonsten ist keiner hier drin gerade okay geht die tür offen äh zu öffnen die kannst du öffnen ja die ist nicht verschlossen als öffnest du die einfach ich möchte mal kurz hören was dahinter ist ist da was du kannst auch so erstmal hören also du kannst hören da sind da unterhalten sich zwei männer die unterhalten sich du kannst nicht jedes wort verstehen weil so ein bisschen die musik so leicht immer noch rein wummert die tür ist dazwischen aber so irgendwie scheinen die sich über die ja irgendwie über finanzen und über das über die gäste zu unterhalten würdest du schätzen wenn du durch das schlösserloch gucken solltest kannst du auch erkennen ja da sitzt dahinter ist ja ist halt auch ein raum es scheint etwas größer zu sein es ist eine couch zu erkennen zwei zwei schränke an der rechten wand sind zu erkennen auf der couch sitzt ein man der nach links guckt also außerhalb deines sichtfeldes sage ich mal guckt der und der unterhält sich halt mit einem und der man selbst sieht ja so anfang mitte 40 vielleicht gut gekleidet sieht er aus ok ich linse durch ja und versuche und merke mir die beiden gesichter ja du kannst du kannst nur einen erkennen der andere sitzt wahrscheinlich links im raum und den kannst du einfach nicht ganz einsehen durch schlüsselloch ok jetzt noch weiter vorzudringen wäre natürlich ein bisschen blöde weiß ich nicht sonst ist da nichts oder ne sonst ist da nix du kannst auf jeden fall irgendwie jetzt kannst du sag ich mal wenn du so ein zwei minuten sag ich mal wirst du ja sicherlich da an der tür lauschen und auch mal schauen ja so nach ein zwei minuten zweieinhalb minuten irgendwie wo du gerade sag ich mal dein nicht mehr also wo du nur noch lauscht nicht mehr durch schlüsselloch guckst hörst du dann auf einmal ein ja irgendwie es wird ein stuhl irgendwas holzmäßiges wird wahrscheinlich ein stuhl sein wird wird umgeworfen so oder im stuhl irgendwie umkippt sag ich mal und der eine mann der auf dem sofa saß der sagt noch so nein nicht und dann ertönt auch ein schuss der ist ein kleines bisschen gedämpft aber du kannst das definitiv als einen schuss aus einer pistole irgendwie ausmachen und dann ist dahinter auch stille okay kann ich mich da in dem raum irgendwie verstecken neben der teeküche ist so ein kleiner äh na wie fehlt das ist so ein kleiner vorhang sag ich mal ist da ist so bisschen abgehangen und da wird wahrscheinlich so das putzmittel hinter stehen da könntest du dich das mache ich was muss ich würfeln sag mir mal wie hoch dein würfel pool aus geschicklichkeit wie verstecken ist geschicklichkeit habe ich vier heimlichkeit was total untypisch ist null ok hast du irgendwie disziplin mäßig was was dir da was gibt was hast du da als kräfte totenstille hab ich was muss aktiv glaube ich anwenden gut das heißt vier hast du gut ja es kommt ja die die tür also du versteckst dich sag ich mal hinter dem hinter dem vor nee du brauchst nicht würfeln du versteckst dich also du gehst halt hinter dem vor hang drängst dich da so hinter guckst dass auch nichts von dir raus guckt oder keine ausbeudung ist dass du da ordentlich versteckt bist hörst dann dass die tür also wo du gerade gelauscht hast dass die geöffnet wird und kann ich durchlinsen ja du kannst so leicht durchlinsen und kannst einen ja ist ein Mann der hat schon so leicht gräuliche haare würdest du vielleicht auf Mitte 60 Mitte 60 vielleicht schätzen so leicht gräuliche haare hat aber auf jeden fall sag ich mal ein frack an also ist wie ein klassischer butler angezogen der steht da so in der tür und guckt sich dann um geht in den raum zurück und ja schleift dann diesen jungen oder schleift diesen mann der auf der couch saß diesen 40 jährigen schleift er dann rein also in den raum in den aufenthaltsraum wo gerade dich versteckst und kommt in deine richtung hin also der schleift den toten in richtung des vorhangs wo du dich gerade hinter versteckst ok ja der hält der macht keine großen anstalten vorher irgendwie anzuhalten möchtest du irgendwas machen habe ich da irgendwo kann ich ist da eben ein kleiner gegenstand oder so oder dreht der mir den rücken zu der hat gerade der der hat das ja der mit dem rücken zu dir hin gezeigt schleift er den toten der ist so leicht so ganz leicht nach vorne unten gebeucht sage ich mal wegen dem schleifen ja und klar du hast da irgendwie du hast da Putzeimer Putzlappen du hast da ein Feudel also so ein Wischmob hast du da auf jeden Fall der Eimer wäre aus zwei Eimer einer aus Metall einer aus Plastik ich ähm ist das laut von von der Geräusch Kulisse hier im Raum oder ja nicht wirklich die die Musik wummert halt so also die Bässe wummert halt so bisschen rein ich versuche mich auf eine der beiden Seiten zu stellen und vor mir also unter mir mehr wie die die Putzeimer so hinzustellen dass wenn er reinkommt er den Vorhang in meiner Richtung auf drücken muss sodass ich mich hinter dem Vorhang verstecken kann und die Eimer auf meiner Seite stehen sodass er definitiv den Körper auf die freie Hälfte legen muss sodass er mich nicht sieht ok ok kannst du machen ok gut ja der würde auch irgendwie formen wo er so den mit seinem Gesäß den Vorhang so ein bisschen berührt und dieses leicht Errascheln dabei entsteht und da hält er auch inne lässt den Toten einfach so klumpsen dreht sich um und macht sich gerade da dran den Vorhang will den wahrscheinlich aufziehen gut wie viel Platz ist das ist das 2 Meter 1 Meter oder sowas in der Richtung also ich drücke mich da richtig in die Ecke so dass der Vorhang in meine Richtung aufgeht ja das ist wahrscheinlich vielleicht Meter allerhöchstens anderthalb Meter das ist jetzt nicht allzu viel im Endeffekt musst du dir das sag ich mal vorstellen ich sag mal du hast die Teeküche da und an der Teeküche ist wie so in so Art Halbkreis in so einen Bogen zur Wand hin so eine Art so eine Stange einfach montiert und an der Stange ist halt der Vorhang also wenn man den aufziehen würde dann wird man dich definitiv sehen weil du dich nirgendwo hinter die Teeküche so in der Art oder nicht irgendwo drunter kann ich da irgendwie den Feudel vor mich stellen dass er mich nicht sieht oder so dafür bist du wenn du genau die dünne des Feudels hast dann wird es gehen aber das ist anatomisch physikalisch nicht möglich ich ich möchte ihn auch nicht umbringen unbedingt ich gebe ja auch andere Möglichkeiten musst ihn ja nicht sofort umbringen aber eigentlich will ich ja nicht dass er mich erwischt kannst ja auch versuchen ihn k.o. zu schlagen zum Beispiel ja was wäre denn so eine Sache die die würde man dann entdecken und dann wüsste ja dass er irgendjemand gewesen ist kann ich wenn er in Form aufmacht irgendwas in Richtung Tür schmeißen sowas kleineres irgendwie das kannst du machen allerdings ist dir auch allerdings ist dir bewusst wenn du nicht schnell genug bist dann ja bekommt er das mit ja und er macht er setzt so gerade auch mit der Hand irgendwie am am Vorhang an alles klar ich nehme den Feudel und tippe den Feudel so an dass er den Feudel mit ins Gesicht kriegt dass er quasi so rutscht dass er den Feudel mit ins Gesicht kriegt oder die zwei drei Feudel oder sowas in der Richtung wie viel die auch sind ein Feudel ist da ja du stellst den Feudel genauso hin irgendwie und als du ihn genau da hingestellt hast und deine Hand vom Feudel loslässt zieht der Mann auch der Butler den Vorhang auch auf der Feudel kippt auf ihn rauf und der ist total verwundert und kommt so leicht aus dem Gleichgewicht aber mehr groß passiert auch nicht der würde sich jetzt wieder fassen also ich sag mal du hättest jetzt irgendwie wenn du so willst wenn man nach unten geht eine Überraschung hättest du jetzt gut alles klar dann bleibt mir keine Möglichkeit dann versuche ich ihn zu greifen ihn mit nahkampf Handgemengetechniken denn so zu drehen dass er mir den Rücken zudreht und ich ihm ganz einfach in Schwitzkasten nehme und dann ihn k.o. drücke ok ja dann mach mal bitte Körperkraft plus Handgemenge das heißt ich duke auf Körperkraft genau ja Handgemenge hast du irgendwie Boni also von irgendwelche Fähigkeiten also sprich Spezialitäten die auf irgendwie sowas gehen Kampf oder so Handwerk du hast zwar Handgemenge bewaffnete sterbliche aber der ist gerade nicht 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 bewaffnet also bekommst kein Bonus das heißt ich müsste jetzt Stärke oder wie läuft das Stärke und Submit machen oder wie läuft das genau Stärke dann gehst du also Körperkraft auswählen dann gehst auf Submit und dann noch plus 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 Handgemenge oder Nahkampf Handgemenge der Modifikation 3 richtig wie Modifikation doch ja doch in dem Fall musst ja weil du ja durch weil wenn du Handgemenge 3 hast dann Modifikation 3 der Wurf von mir ist jetzt natürlich der sollte nicht sein ja du bekommst ihn auch zu fassen sage ich mal irgendwie so in Spitzkasten aber während du ihn versuchst umzudrehen so dass du deine Brust an seinem Rücken ist windet der sich los start dich denn also irgendwie windet der sich einfach raus ist zugeschickt oder irgendwie bist du ein bisschen weggerutscht start dich denn einfach nur an und ja holt mit der Faust aus und will dich schlagen dein Würfelpool von Geschicklichkeit plus Athletik wie hoch ist der also wie viele Würfel wären das Geschicklichkeit und Athletik ja Athletik oder Sportlichkeit beurtlich das ist dann im deutschen wahrscheinlich 6 6 ok ok ja er 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 versucht dich zu schlagen du weißt ihm allerdings aus und der schlägt mit der Faust so volle kanne irgendwie in die in die Tür der der Teeküche rein sag ich mal des Hängeschranks rein und da ist auch eine leichte in dem Holz ist auch eine gute Dellebeule sag ich mal irgendwie so ein Riss zu erkennen die Hand ist auch blutig und der schreit auf brüllt total auf hält sich die Hand und ist jetzt komplett aus dem Konzept gekommen dann schnappe ich ihn mir und versuchen jetzt K.O. zu drücken wobei es fast gar nicht mehr nötig ist also ja du kannst ihn auf jeden Fall kannst ihn dir schnappen jetzt ist die Frage du müsstest jetzt eigentlich nochmal würfeln du kannst aber auch sagen nehmen sag ich irgendwas negatives dabei also mache ich jetzt geschicklichkeit und nochmal Handgemenge richtig oder was war das jetzt Körperkraft Handgemenge Körperkraft also jetzt um ihn sage ich mal K.O. zu drücken gefasst hast du ihn ja schon und nochmal drei ja der ist so aus dem Konzept gebracht nee nee der ist komplett aus dem Konzept gebracht ist verletzt nee du hast ihn im Schwitzkasten so ihr rangelt da auch irgendwie noch drumherum aber du bekommst ihn sag ich mal dann ja der klappt zusammen atmet noch ist aber außer Gefecht er hat mich gesehen definitiv der hat sich definitiv gesehen ja okay dann bringe ihm das Genick okay ja du jetzt muss ich mal kurz nachgucken wo das ist was suchst du Menschlichkeit ist ganz unten auf der ersten Seite genau also du oder ist das eine gute Idee oder das ist eine doofe Idee das ist deine also der der liegt jetzt bewusstlos vor dir halt oder unter dir ich gucke in sein Portemonnaie und gucke an wer ist was er macht oder ob er irgendwelche Informationen haben könnte ja du findest sein Portemonnaie auch ist sag ich mal in der Brust Innentasche er ist er ist ein Butler er ist also ja er heißt aber diese Namen den habe ich jetzt nicht vorbereitet der heißt Wolfgang Jakobsen heißt er und der ist im Endeffekt ist angestellt beziehungsweise hat so eine Visitenkarte von einer gewissen Conti auf der Visitenkarte steht halt Conti drauf ok wenn ich ihn durchsuche ja finde ich du eine Waffe nein du findest keine Waffe also kein Messer keine Schusswaffe allerdings sag ich mal beim Durchsuchen ja tastest du ja auch logischerweise ein bisschen ab und der hat schon der ist für sein Alter der ist immer noch echt gut sportlich also ist noch kein sag ich mal 60 jähriger sondern du würdest den wahrscheinlich irgendwie auf keine Ahnung 30 oder so schätzen von der sportlichkeit also vom muskelaufbau und ne kriege ich raus ob er ein Vampir ist ähm ja da muss ja aber äh da er blutet ist er blut kosten da er blutet ist er kein Vampir also das siehst du definitiv weil du würdest halt nicht bluten wenn ja definitiv ich würde nicht bluten ne also solange du nicht Blush of Life oder Lebensblüte wie das glaube ich heißt würdest du halt nicht bluten okay ähm finde ich sonst irgendwas bei ihm ähm ja wie gesagt Personalausweis halt ne äh Wolfgang äh Jakobsen ist in den Ende der 60er ist er geboren worden in Berlin ist er geboren worden ähm wohnt in wie hieß der Bezirk hier nochmal äh der wohnt in Steglitz wohnt da in Dahlem um genau zu sein wohnt da oder soll er zumindest wohnen und noch ein Führerschein halt äh ja Führerschein halt diese Visitenkarte hier Schlüssel Autoschlüssel findest du noch von einem Mercedes Conti sagt mir jetzt nix gibt's irgendwie ne Möglichkeit ihm deine Gedanken zu rauben da ist dir nix bekannt ob das also du weißt dass das Vampire können aber du kannst das nicht weil du kein Auspex die Disziplin äh nö ok ich hab sehr von Geschwindigkeit ne mit dominieren also Beherrschung zum Beispiel würde es auch gehen ähm ok kenne kenne ich die kann ich was mit dem Conti anfangen wenn Kai das gerade schreibt ich weiß mein Charakter ich weiß damit nix ähm du der Name kommt dir ein bisschen der Name sagt dir irgendwas aber du kannst den nicht wirklich einordnen nicht zuordnen okay ich nehme ihn mit ähm wohin nimmst du ihn mit scheiße was soll ich jetzt mit dem Typen machen ich will mir keine Feinde machen ähm scheiße du kannst dir ja mal kurz Gedanken machen ich muss mal ganz schnell wohin und dann machen wir erstmal bei den anderen weiter ähm ich warte mal ich gehe in den Raum rein finde ich in dem Raum noch eine andere Tür machen wir gleich ich muss ganz schnell kurz wohin ja ich weiß dass man sich feinde macht aber will ihn nicht sofort in der zweiten Runde haben das macht es doch erst spannend vor dem will ich nicht der sein der sich feinde macht sondern ihr sollt euch feinde machen was mache ich jetzt so eine gute frage man jetzt beherrschung hätte dann könnte man die letzte minute gesehen hatte einfach aus dem gedächtnis durch es muss nicht beherrschung sein gibt es irgendwo anders noch die fähigkeit im weiteren sinne anhalt der kurs so da bin ich wieder ja als christian als du in den anderen raum reingehst da siehst du auch eine andere tür aber wir machen dann erstmal bei den anderen wieder weiter ok wir sind wieder bei mr hungrig genau also im endeffekt würde das junge mädel geht wie gesagt den flur entlang zur tür hin steht vor der tür dreht sich nochmal kurz um nur so in der art ok dreht sich nur so kurz um so in der art sind noch alle da ja sind noch alle da gut beziehungsweise ist emmanuel noch da die anderen zwei mädels nimmt sie nicht ignoriert sie wahrscheinlich eher kein problem damit sie klopft fünfmal an der tür wobei das beim zwischen dem vierten und fünften mal klopfen ungefähr zwei sekunden vergehen dann wird die tür geöffnet und dahinter ist ein ja dahinter ist ein mann zum vorschein der euch den Weg dann öffnet der geht aus dem Weg raus der hat allerdings eine relativ bleiche gesichtsfarbe hat eine glatze hat eine glatze beziehungsweise so ganz kurze weiß ich nicht so vier fünf millimeter hafschnitt besser gesagt hat aber eine sehr hohe stirn wenn ihr so wollt trägt eine halb zerschlissene lederhose trägt so eine ja wahrscheinlich stahlkappenschuhe könnte man sagen so sicherheitsschuhe eher oberkörper ist frei der ist sieht muskel bepackt aus der typ trägt auch die ein oder andere kleinere narbe irgendwie auf der brust tritt einfach nur zur seite sagt nix und das mädchen geht an ihm vorbei ja das ist anscheinend der türsteher als ihr dann durchgegangen seid ungewöhnlich blass sagst du wie bitte ungewöhnlich blass ja ich nehme mir noch kurz die die zeit dass ich den beiden einen wink gebe dass sie folgen sollen dann würde ich mal während wir vorbeigehen darauf achten ob sich seine brust bewegt also ob man anzeichen von atmung sieht du siehst kein anzeichen einer atmung und diese blässe die kommt von eurer eigenen die kommt euch von eurer eigenen blässe sehr ähnlich vor vielleicht ein bisschen anders deswegen frage ich den nicht ja 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 als ihr wie gesagt in den Raum reingegangen seid verschließt die Tür einfach nur und stellt sich dann mit dem Rücken zur Tür hin also sprich guckt euch an macht aber keine anstalten es steht da einfach nur total stumm der Raum selbst ist gemauert jetzt tatsächlich ist ungefähr so vier viereinhalb meter hoch ist wie so eine ist rund direkt vor euch geht es dann eine Treppe runter hat auch so eine kuppelförmige decke also sprich an der höchsten stelle so viereinhalb meter hoch und von unten kommt also hier links rechts sind auch fackeln die brennen tatsächlich so ganz alt klassisch wie im mittelalter den die am ende der treppe ist auch nochmal eine fackel geht dann rechts rum und das mädchen macht sich an und geht die treppe runter geht ihr mit ich guck mal erstmal was Ben macht den der vorne ich bei der offenen flamme bleibe ich kurz stehen starr da einen moment hinein und es braucht wirklich eine wahrscheinlich viel größere selbstbeherrschung als ihr gerade ahnen könnt um einfach weiter zu gehen und an dem feuer vorbeizugehen das ist wenn ihr schon mal irgendwann das das phänomen gesehen habt von einem Torreator der von irgendeinem Kunstwerk oder irgendeinem Ausdruck von Schönheit fasziniert ist und einfach stehen bleibt und das bewundern muss so ungefähr sieht das gerade aus nicht ganz so tief weil ich schaffe es dann doch mich loszureißen und weiter zu gehen aber es ist ich bleibe auf jeden Fall lange genug vor der Fackel stehen und schaue die an um euch allen Sorgen zu machen und dann folge ich dem Mädel nach unten ja sage ich mal am Ende der Treppe wartet das Mädel ich würde auch folgen aber ich würde darauf achten dass ich möglichst zugehe dass die Fackeln so weit wie möglich von mir weg sind ich würde die immer wieder da hingucken ja im Endeffekt es sind zwei Fackeln direkt im Raum selbst also im kreisrunden Raum direkt links rechts und dann erst wieder am Ende der Treppe unten ist eine Fackel ja im Endeffekt geht dann runter das Mädchen geht rechts rum es geht so vier Treppenstufen nochmal runter da ist so ein ganz kurzer Raum so ein Meter dann ist eine Tür die öffnet sie und dahinter ist dann wieder ein großer kreis größerer kreisrunder Raum allerdings mit einer normalen flachen Decke vielleicht so zweieinhalb Meter hoch und da sind mehrere da sind wie da sind wie in so einer Kirche schon fast direkt an der Stirnseite ist so eine Art Altar würdet ihr sagen aufgebaut wo da hängen alle möglichen da sind links und rechts vom Altar sind Tierköpfe aufgespießt also Pferd Kuh Schaf Ziege sind da so einfach komplett wild einfach aufgespießt also die Skelettköpfe davon die sind nicht mehr blutig nicht mehr frisch der Altar hat ganz viele Fackeln ganz viele Kerzen die auch der ist schon mit ganz viel Kerzenwachs auch einfach übersät und die neuen Kerzen brennen halt auf dem das beziehungsweise direkt da wenn man sich hinsetzen würde auf der Gesichtshöhe wenn man sitzen würde eines normalen Menschen so eine Art ist ein ja umgedissen ist ein Kruzifix in den in den äh meine Güte wie hieß es jetzt in den Altar mit Knochen eingearbeitet worden da ist auch eine Kerze drauf die auch brennt und vor den ganzen äh der Altar selbst ist auch Stein da hingebaut als ob der aus einem Stück irgendwie aus der Wand rausgearbeitet worden wäre so sieht das aus und vor dem Altar so zwei Meter vom Altar entfernt stehen links und rechts wie in der Kirche so ein paar Bänke es sind insgesamt fünf Bankreihen also sprich der Raum ist relativ groß ja und es sitzen auch mehrere Leute da die alle halt diese Elektro Kleidung anhaben wie die ganzen Besucher oben dazu sind steht irgendwo in der Mitte des Raumes oder zwischen den Bankreihen also zwischen Altar und den Bankreihen läuft ein Mann in so einer schwarzen Kutte immer wieder auf und also links rechts auf und ab und ja der spricht dann der spricht nur was so davon dass ja der heilige Tag werde bald kommen wir werden wir werden ihnen es wieder zeigen wir müssen wir die Macht an uns reißen und die nicht erleuchteten werden brennen in den Feuern der Hölle und während der spricht strecke ich meine Hand nach dem Altar aus und halt so die Finger so natürlich nicht in die Flamme weil ich bin nicht lebensmüde aber so dichter über die Flamme als es klug wäre und murmelt so vor mich hin geadelt ist wer Schmerzen kennt vom Feuer das verbrennt okay der das heißt du gehst ja dann auch zum Altar richtig hin ne ja absolut als du sag ich mal davor stehst und die Hand auch dahin streckst und das dann auch so sagst muss nicht unbedingt super laut sein dreht sich dann sag ich mal der Kuttenmann auch um du kannst jetzt auch sehen wo er dich anguckt dass der so Korps Paint hat also sein Gesicht ist wie ein Skelett angepinselt und angemalt weiß und dann sagt ein glühender Verfechter so dich können wir brauchen du bist sehr gut hier da rechts in die erste Reihe mit dir und deutet auf die Bank in der ersten Reihe das Mädchen würde sich dann in die Bank oder auf die Bank setzen die dir gerade gezeigt worden ist und ja was machen die anderen so ich gehe erstmal mit beobachte erstmal das Ganze ja ich würde zu Alexandra gucken und dann halt zu einer etwas weiter hinter gelegenen Bank im Kopf nicken ja gehen wir da fand ich alle so zusammensitzen ja setzt sich Emanuel auf die Bank die ihm gewiesen worden ist oder nicht noch nicht zumindest ich stehe erst einmal noch ich bleibe erst einmal noch vor dem nein ich bleibe nicht vor dem Altar stehen ich ziehe mich jetzt bewusst ein paar Schritte zurück bleibe aber dabei in Augen Kontakt mit dem mit dem Mande gesprochen hat ich bin hier weil ich Fragen habe ich weiß ihr wollt hier keine Fragen hören aber es muss sein ich muss mehr wissen okay ja jetzt habe ich das da nicht eingetragen okay ich muss ganz sorry ich muss ganz kurz nachlesen ich habe das nämlich bei dem einen nicht eingetragen wo ist denn gut das du wo ist das ist diese blöden disziplin so schön sie auch sind so ich muss jetzt erst mal gucken was die würfel pool sind sorry macht nix ich kann es mal denken ich halt schon mal genau also du ben du würfelst mal bitte wits und resolve also beziehungsweise verstand und gelassenheit müsste das auf deutsch sein fassung wahrscheinlich oder oder gesellschaftlich genau beides unter mental ach so dann wäre entschlossenheit entschlossenheit okay oh komm verkack es nicht beides unabhängig von oder gemeinsam als als würfel pool okay dann wird es bei mir okay ich habe geglaubt ich kann einfach willpower würfeln aber der will dann irgendeine nachfolgefrage von mir aber gut dann machen wir das so okay sind zwei erfolge ja ja du ah ich habe einen vergessen na blödsinn willpower ist es ein willpower wurf ne das ist er versucht dich zu beherrschen zu dominieren ähm ja er er guckt dich an mit ganz starren augen also fokussiert er frisst dich schon fast mit seinen augen auf ne und deutet auf die bank die die er dir gewiesen hat und sagt einfach nur sitz du merkst auch dass irgendwie irgendwie will er dich gerade beherrschen aber nee du kannst dich noch so irgendwie dagegen wehren so so und du kannst dem drangen dass du dich setzen musst oder sollst dem kannst du noch widerstehen okay ja der gute man versucht mich zu beherrschen und ich merke das das heißt der hat bei mir jetzt ausgeschissen ich benutze ehrfurcht gegen ihn ehrfurcht okay das war von der präsenz ne ja ist eine präsenz power ich brauche es mal manipulation und disziplin normalerweise ich will dass der gleich mal einen schreck vor mir hat und wenn es nur der schreck ist dass ich dass ich ihm widerstehe das ist erfurcht okay ja ist charismabasiert würde ich doch ja doch würde ich sagen okay dann mit charisma ich bin aus dem spiel rausgegangen wie das denn naja muss ich kurz neu starten aber komm ich hab gerade sieben ep bekommen ah das ist gut was nur jetzt darf ich zu sehr auffallen fassung und intelligenz äh ja nee ähm ja du hast ihn auf jeden fall was einschüchtern wolltest du ja einschüchtern erfurcht ich also ja ich wollte ihr furcht benutzen um ihn einzuschüchtern ja das hast du auf jeden fall geschafft ähm ja er weicht denn so ein ja Schritt zurück auf jeden fall und ist sich nicht mehr so die diese schärfe aus seinem ton aus seiner stimme die er gerade noch hatte die ist so ein bisschen verschwunden und dann sagt er naja schon gut die tote auf dem bild war sie eine von uns die äh sorry welches bild auf dem album cover achso fragst du ihn jetzt so ja na nein selbstverständlich nicht wir haben nur das niedere geschlecht die untermenschen die müssen weg aber so einen wie dich können wir gebrauchen du hast was drauf setz dich doch wenn du magst dann setz ich mich tatsächlich für mich ist damit ich meine ich weiß nicht ob der mir jetzt die wahrheit gesagt hat aber wenn er es hat dann ist für mich das ist der auftrag damit geklärt gut ja dann kommen wir mal nach angemessen weit rechts kommen wir dann mal wieder zu maximilian ja wie gesagt du gehst du hast ja den butler und den toten hast du da liegen lassen gehst in den raum rein und kannst halt erkennen dass direkt links hinten ist eine Tür halt direkt links von deiner position aus ist ein großer oder ist ein normaler schreibtisch computer drauf drucker drauf fax telefon alles was man so office sachen sind drauf davor noch ein tisch mit paar stüren direkt rechts davon wo der man drauf saß eine bank rechts daneben sind die zwei schränke und ein stuhl ist halt umgeschmissen worden ich schnappe mir den butler fessel ja womit willst ihn fesseln keine ahnung zu not nehme ich ein telefon kabel oder ein kabel ist mir egal also du kannst natürlich ein telefon kabel nehmen du könntest aber auch zum beispiel den vorhang sag ich mal bei der teeküche kannst du auch abreißen und könnt ihn damit auch fesseln wenn du willst ne den brauch ich noch was anderes ok ja ne dann nimmst du das telefonkabel ist das sind ja lange teile immer ja fesselt ihn bringe ihn nach nebenan setze ihn auf den stuhl ok nehme den toten wickele ihn in den vorhang ein bringe ihn auch daneben an ja die tür die ich aufgebrochen habe ging die nach innen oder zum gang hin auf nach innen ok denn barrikadiere ich die Tür ein bisschen mit einem Stuhl oder so und quetsche den Stuhl quasi drunter sodass keiner die Tür aufmachen kann ok ja dann gehe ich wieder in den Raum wo die gesprochen haben und die anderen beiden jetzt sitzen mache die Tür auf wo komme ich raus dahinter kommst du ja dahinter ist so ein kleiner so ein kleiner Flur der sich dann nach rechts hin allerdings ja in so ein weiteres Büro sage ich mal hin öffnet das also die kann es ist so ein kleiner Gang weil ich vielleicht zwei Meter aller höchstens ist der lang links oben kannst so ein kleines Fenster so eine Art Toilettenfenster sag ich mal kannst du erkennen ok und rechts öffnet sich das dann halt in ein Büro kann ich irgendwo erkennen woher der Schuss kam ist ein Fenster kaputt oder wie auch immer ne allerdings kannst du bei wenn du im Raum dich nochmal kurz also wenn du richtig suchen möchtest müsstest du dafür Zeit aufwenden allerdings kannst du wo du sag ich mal das Telefonkabel nimmst um den Butler zu fesseln und ihn auch hinsetzt kannst du erkennen dass unterm tisch da liegt halt eine pistole also unter dem normalen tisch da liegt halt eine pistole unter dem normalen tisch genau also wer hat geschossen ok ich gucke mir die schusswunde an ist das eine schusswunde die im kampf hätte passieren können oder hat ihn wirklich jemand erschossen von außerhalb oder ist er manipuliert worden und hat sich selber erschossen oder wurde dazu gezwungen die schusswunde ist es ist kein durchschuss die schusswunde ist auf der front seite auf der vorderseite ist so kurz unter dem hals oder direkt am hals sag ich mal direkt unter dem kehlkopf wo diese komische kurze vertiefung ist da wurde ihm sauber glatt reingeschossen also sprich der schuss kann im endeffekt nur von gegenüber gekommen sein und gegenüber ist im endeffekt nur eine steinwand also war es der Butler der geschossen hat es würde den meisten Sinn ergeben für dich ja okay gut ähm ist die Pistole schallgedämpft ja sie ist schallgedämpft okay deshalb war der schuss auch ein bisschen dumpfer ein klein bisschen leiser als normal halt ne alles klar okay ähm gut ich setze ich stelle den Stuhl wieder hin und setze die Leiche drauf lass aber die eine ähm lass mal kurz gucken ähm kann ich herausfinden ob er rechts oder linkshänder ist anhand der ich sag jetzt mal muskulatur oder ähm anhand der schmielen an den fingern oder sowas in der richtung nein das kannst du nicht allerdings wenn du dir die Waffe anguckst die ist für rechtshänder gemacht okay dann nehme ich die Waffe in die rechte Hand bei dem Toten ähm setzte den Butler auf die ähm auf den Sessel wo er vorher gesessen hat ähm was mache ich jetzt eigentlich würde ich gerne herausfinden was hier gerade los ist warum er das gemacht hat ich gehe noch mal kurz in den in den Gang rein ob ich da irgendwo hinkomme oder ob ich da irgendwo nach draußen komme also du könntest dich durch den durch das Fenster zwängen das ist also das würde würde gehen die Chance sage ich mal dass deine dass du dir aber irgendwie was abschürfst an Haut oder die Kleidung ein bisschen reißt ist möglich ne das will ich nicht okay die Tür führt wohin oder was ist das hinter dem Gang sage ich mal wo du gerade geguckt hast ob du raus kannst da kommt halt ein Büro das ist sage ich mal so ein Großraumbüro schon übertrieben gesagt aber ich sage mal da stehen zwei Bürotische drin mit dem ganzen Krimskrams was man dazu hat und von da aus geht dann rechts eine weitere Tür hin oder ab die ist offen ja und du kannst von da auch irgendwie ja Musik so als ob ein Radio spielen würde sage ich mal hören allerdings ist das jetzt also du kannst ein Radio hören allerdings ist da irgendwie so ein Sportkanal drin Fußball spielt und irgendwie eine Männerstimme so ja ja er hat es nicht geschafft verdammt diese Loser dann gehe wieder zurück ähm der 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 Ober also der 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 Butler ist ja gefesselt ähm gucke nochmal die Fessel die die Knoten nach und dann ähm mache ich ihn wach ja okay und wenn er wach ist frage ich ihn ähm was hier los ist ob er mir das erklären kann ja sofort so ähm ob er dir das erklären kann äh da fragt er erstmal so also er ist total verdutzt und irgendwie naja muss halt erstmal so ein bisschen wach werden ähm und sagte nur so noch so ganz leicht benommen fragte er weißt du überhaupt mit wem du dich anlegst jungchen mit dir habe ich nichts zu schaffen aber für dich ist das nicht gut was du gerade getan hast wieder da ich gucke ihn an geh quasi fast also die knie kommen dann auf seine augen r ja nimm die hand drücke seinen hals drück auch ein bisschen zu und meine meine zu ihm ganz ruhig und drücke ich dir das köpfchen in deinen hals ist das klar was ist hier los also du drückst ihm so dass er sag ich mal noch atmen kann aber nicht mehr groß sprechen kann oder okay er kann sprechen aber halt ein bisschen eingeschränkt okay ja dann klar durch das eindrücken so ein bisschen leiser die stimme verstellt zwangsläufig aber er ist immer noch nicht mehr so super selbstsicher aber so eine gewisse Selbstsicherheit irgendwo ist im Unterton würdest du denken immer noch da so leicht ich war nur hier um ein geschäft abzuschließen und es ging für den geschäftspartner nicht so aus wie wie er es sich gedacht hat was macht ihr hier was wollt ihr hier hm okay wenn ich dir jetzt alles einzeln aus der Nase raus ziehe dann werde ich das wohl mal ein bisschen deutlicher machen müssen. Hier rüber zu dem Toten. Lege ihm die Knarre in die Hand und ziele auf die Kniescheibe. Also auf die Kniescheibe. Ja, ja. Ich ziele jetzt ganz langsam bis drei. Aber wenn du da nicht gesprochen hast, der macht's Puff. Klar. Soweit. Also. Welches Geschäft? Für wen arbeitest du? Was soll der Scheiß hier? Nun. Ich arbeite für den den Konzern Conti. Und wir wollten ihn, der Laden sollte hier gekauft werden. Aber jetzt muss kein Geld mehr überwiesen werden. Sag ich mal. Warum wollt ihr ihn kaufen? Nun. Der Konzern Conti möchte sagen wir expandieren. Der Osten ist noch so ein bisschen ist noch nicht so stark von dem Konzern Conti in in einem wirtschaftlichen Zweig eingebunden. Okay, jetzt musst du mir ganz kurz helfen. Ja. Conti sind das die Anarchen? Oder was ist das? Kann ich mir damit anfangen? Wie gesagt, der Name kommt dir bekannt vor. Du kannst ja mal ey, sag mal, du Ich weiß leider so ein Spiel um nie als mein Charakter. Ich weiß als Spieler gar nichts. Ja, so war schon mal zwei. Charakter auch nicht. Du kannst ja einfach mal auf zwei zehnseitige würfeln, bitte. Ob du dich erinnern kannst an irgendwas. Zwei zehnseitige. Zehnseitige ist da. Also, du kannst dich daran erinnern, dass du am Vorabend bei dem angehenden Prinzen beim Abendmahl, dass dieses verrückte, kleine, angsthabende Mädchen namens Vanessa sich mit der Frau unterhalten hat. Und gerade als du rausgegangen bist, hat diese Frau, also diese zusätzliche Frau, die hat den Namen Conti gesagt. Da kannst du dich noch dran erinnern. Okay. Ich gucke ihn an und frage ihn, wer oder was ist Conti? Ist das ein Hotel? Was wollt ihr mit einer Diskothek? Und mach ein bisschen auf blöd. Ja. Nun, äh, die Familie Conti legt ihr Geld, ihr Kapital nicht nur in einer Sache an. Wir haben sie, nicht nur ich, ich gehöre nicht dazu, aber sie haben Diskotheken, Bäckereien, sie haben Restaurants, sie haben Aktien. Und wie man es halt so macht, wenn man Geld hat. Also, beziehungsweise wenn man sein Geld vermehren will, was man hat. Dann legt man das halt auf viele Nester und nicht nur auf eins. Verstanden. Also, das, das kommt ja auch nicht, das kennst du ja selbst, äh, das, ja, ne, ist halt logisch, dass man das macht. Also, habt ihr ihn erschossen, weil er den Verkauf oder die, ähm, Beteiligung nicht unterschreiben wollte? Ja, ihr trefft es auf den Punkt. Ah, okay. Das ist ja eine ganz dumme Geschichte. Das ließe sich wohl so sagen. Und wer seid, wenn ich schon so viel reden muss, dann mit wem habe ich das Vergnügen zu sprechen? Ich bin niemand. Das ist nobody. Nun, Herr Niemand, würdet ihr denn so freundlich sein und mich, äh, befreien? Die, dieses elendige Kabel schneidet ein bisschen ins Fleisch. Also, du merkst, er behält immer eine wirkliche Freundlichkeit bei, er ist, es mag vielleicht herabfallen, das ein oder andere Wort kommen, aber das ist der Versuch, zumindest eine totale Professionalität und Freundlichkeit aufrecht zu wahren, aufrecht zu erhalten. Sagt mir, hat das Unternehmen Conti auch irgendetwas mit den, ähm, ja, damn, jetzt komme ich nicht drauf. Mit den, äh, wie heißt es nicht nochmal, Goats? Man of Goats, man of Goats, man of Goats zu tun? Da siehst du richtig, wie er richtig ins Grübeln kommt, also so, du siehst das P, ne, das Fragezeichen richtig in seinem Gesicht. Und dann, nicht, dass ich wüsste. Aha. Ich habe schon mal von der Gruppe gehört, aber ich wüsste nicht, dass die Familie Conti da irgendwie Finger mit im Spiel hat. Okay, ähm, hier gibt es ein Hinterzimmer. Was wisst ihr darüber? Ähm, nur, ich, das, er deutet dann so ein bisschen im Kopf in Richtung des Büros, wo du halt auch warst, ne, wo dann noch die andere Tür abgeht. Nun, ich kann Ihnen sagen, Mr. Niemann, dass, da ist noch ein Büro, dahinter ist eine Tür mit einer Treppe ins zweite OG. Dort sind weitere Büros, Angestelltenräume, dann ist eine weitere Treppe nach unten und dort geht es zum Hinterhof. Und halt noch eine weitere Tür, aber wo die hinführt, also kurz vorm Ausgang ist noch eine weitere Tür. Keine Ahnung, wo die hinführt. Hm. Sagt mal. Der Name Ledescu sagt euch was? Da fängt er an zu, so leicht an zu säufzen und sagt, ja, den kenne ich. Gut. Oder eher nicht, kommt drauf an. Besser für euch, wir sehen uns nicht nochmal und schon gar nicht in so einer Situation. Ich spreche Ihnen da mal wohlwollend zu, Mr. Niemann. Kann ich davon ausgehen, dass ihr dann dieses Telefonkabel lösen werdet? Ich bin absolut in der... Ich denke, ihr seid absolut in der Lage, das selber hinzubekommen. Was ist das für eine Waffe? Fragst du ihn? Nee, nee, ich frage dich jetzt. Achso, okay. Ist das ein Revolver? Ist das eine... Das ist eine Glock, ist das. Also 9 Millimeter müsste das, glaube ich, sein. Ich nehme die Glock, stecke sie eins. Hm. Dann gucke ich ihn an. Ich denke, die braucht ihr nicht mehr. Ich denke, Herr Niemann, sie wird Ihnen gute Dienste erweisen. Habt viel Freude mit der Waffe, Herr Niemann. Guck mal die Waffe an. Hat die eine Seriennummer? Die hat keine Seriennummer. Es wäre bedauerlich, wenn ich diese Waffe irgendwann gegen euch richten müsste. Nun, Herr Niemann, ich möchte ungern, dass ihr die Waffe gegen mich ein weiteres Mal richten müsstet. Von daher... Ich denke, wir können uns recht gut in einer Stadt wie Berlin aus dem Weg gehen. Das wird sich zeigen. Ich stehe auf, lasse den Toten mehr oder weniger da liegen. Oder sitzen. Gehe zur Tür. Ja, okay. Soll ich noch irgendwas sagen? Nee, ich sage nichts. Öffne die Tür. Gehe raus. Öffne die andere Tür. Höre erst, ob da jemand draußen ist. Im Hinterhof? Ja, du hörst irgendwie Stimmen, aber nur so in der Art... Nee, ich gehe zur Diskothek zurück. Ach so, okay, okay. Sorry. Ja, du hörst irgendwie, dass zwei Frauen da irgendwie lachen, gackern, aber nach ein paar Augenblicken verschwinden diese gackernden, lachenden Laute auch wieder. Und es scheint ruhig hinterm... Also, außer die Musik, ne, ruhig hinterm, äh, beim Flur zu sein. Ähm, ich nehme die... Also, ich stecke die Waffe ein, quasi am Arsch oder so. Ja. Ähm, öffne vorsichtig die Tür, gehe raus, wasche mir nochmal die Hände und dann gehe ich ganz normal wieder zurück in die Diskothek. Okay. Alles klar. Gut, ähm, ich würde sagen, dann kommen wir kurz, also vorm Ende nochmal unten runter in den Keller, wenn man so will. Ähm, ja, ihr, ihr sitzt dann halt da, äh, Emanuel hat sich auch dahin gesetzt, wo er gerne möchte, wo er so halbwegs auch aufgefordert ist, sich hinzusetzen. Und dieser, äh, Priester, Pastor, dieser Kuttenmensch, sag ich mal, spricht dann noch weiter, der lässt dann noch weitere Sätze fallen, wie, dass dieses niedere Getier, was sich Mensch nennt, äh, nicht rein blütig ist und dass die alle es gar nicht verdient haben zu leben und man müsste doch diese feine Welt von den Tilgen und so weiter, so puren Hass, das sieht ja eigentlich immer nur weiter aus. Und irgendwie, nachdem er seinen Monolog fertig hat, dauert so, weiß ich nicht, fünf, sechs Minuten vielleicht, sagt er dann, Nun, dann, tretet vor, ihr Willkommenen, ihr Bald Erleuchteten, zieht so ein, ich sag mal, so ein Krokodil dann die Messer, zieht er dann irgendwie aus seiner Kutte von der linken Hüfte irgendwie hervor und dann sagt er nur so, ihr Erleuchteten oder Bald Erleuchteten, ihr müsst noch die Aufnahmeprüfung bestehen und dann seid ihr bei den Rettern der Welt. Ja, eine, eine Person, eine Frau, die in der zweiten Reihe sitzt, die steht dann auch auf und geht nach vorne, die wirkt ein bisschen angespannt, ein bisschen interessiert und steht dann da, wie so, steht so, wie abgeholt, ja, wie nicht abgeholt, sag ich mal, vor dem, vor dem Kundenmann, er hält ihr dann das Messer hin und sagt, zeige mir, wie weit du gehen möchtest, ritze dir unsere Initialien in den Arm, beziehungsweise schneide dir die Initialien in den Arm. Sie guckt denn nur, guckt auf das Messer, nimmt das Messer irgendwie, schon fast Dolchwürden ist das im Endeffekt, setzt an den Arm an und fängt an zu wimmern und sagt, das, nee, dann lässt sie das Messer fallen und sagt, das kann ich nicht, nee, und der, ja, der Guckenmann, äh, ja, nimmt einfach nur seine rechte Hand, schlägt ihr irgendwie ins Gesicht, sie fällt auf den Fußboden und ihr könnt dann sehen, wie, äh, ja, die Hand so richtig, so, 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 klauenmäßig geworden ist, spricht da, wie, als ob die Fingernägel länger geworden sind, so, also, bestimmt so drei, vier Zentimeter länger geworden sind, blutig sind, die Fingernägel ziehen sich wieder ein, dann steht er wieder mit verschränkten Armen hinterm Rücken vor euch und sagt, der Nächste solle vortreten und seine, solle sich beweisen. Und dann tritt der Nächste vor, ein Mann. Es sind insgesamt sieben Leute, also neben euch sind noch insgesamt sieben Leute hier im Raum, von den sieben Leuten erschlägt er insgesamt zwei, die sich nicht mehr regen, die anderen fünf, die stehen auf und nach kurzem Zögern ritzen die sich auch wirklich oder schneiden sich wirklich in den Arm rein und das Blut, naja, läuft, fließt dann auch wirklich den Arm runter, tropft auf dem Fußboden. Ähm, vom Fußboden aus, wohin fließt das? Das fließt so ganz leicht in Richtung Altar. Also so minimal läuft das dahin, ist fast kaum wahrnehmbar. Na, so nachdem ich jetzt noch hungriger bin, als bevor ich getrunken hab, folge ich mit den Augen dem Blut die ganze Zeit, leck mich an die Lippen. Ja, bis er dann im Endeffekt auch, äh, dann als, sag ich mal, die, die sieben Leute oder fünf Leute sind's ja, die fünf Menschen, dann fertig sind und sich irgendwie links, also von euch aus gesehen, die links neben dem Altar aufgestellt haben, da hat er die immerhin hinbefohlen, ähm, deutet er dann tatsächlich, also jetzt deutet er richtig, äh, mit seiner linken Hand auf Vanessa und sagt, meine Hübsche, wollt ihr nicht auch zeigen, wollt ihr nicht auch eure Unschuld beweisen, dann kommt nach vorne. Erst ich? Und ich dachte, ey, Manuel kommt zuerst, dass du da vorne sitzt. Ähm, ja, wir wollen ja mehr herausfinden, insofern würde ich die Blüte des Lebens machen, um ein bisschen Blut durch meinen Körper zu schieben. Ja. Oh Gott, ich werde nicht hungrig. Ich lutsche die nachher sowas von auf. Ähm, und würde das tatsächlich dann machen. Okay. Das ist genau das Richtige, das hat mir meine Vision gesagt. Das führt zum richtigen Ergebnis. Also werde ich mir die Initialen tatsächlich, äh, so reinritzen, wie ich es in meiner Vision gesehen habe. Okay. Ja, im Endeffekt, ähm, ja, du schneidest dir dann halt die Initialen G, also großes G, kleines S, großes H, in den Arm halt rein. Ja, es fließt halt auch Blut, ne? Äh, wie bei den anderen auch. Ich gucke, genau. Ich gucke den dabei aber auch die ganze Zeit so ein bisschen, ähm, fast schon mit einem tierischen, äh, Gesichtsausdruck so an, so ein ein trotziges, tierisch trotzig so ein bisschen. Sonst hätte ich dem Schmerz ein bisschen trotzig dabei. Okay. Der, der, der Kutten, Heini, der lächelt nur dabei und sagt, bald, meine Schöne, bald. Und dann bedeutet er, dass du dich zu den anderen stellen sollst. Würde ich dann auch sagen. Dann deutet er auf Alexandra und, ja, bittet sie auch. Ich schaute ihn an. Und deutet sie auch nach vorne. Habt ihr eure Hingabe schon bewiesen? Er, äh, zieht, sag ich mal, seine, also den, den, den Ärmel des rechten Arms zieht er so runter, sprich so, dass der rechte Arm zum Vorschein kommt und da siehst du so richtig eingibt, also wie so ein richtiges Brandmal ist das, auf dem Unterarm GSH. Reicht euch das? Und dann deckt er seinen Arm wieder. Nein. Nun, dann gehört ihr zu den Ungläubigen. Dann guckt er immer... Sieh, Moment. Ähm, ich aktiviere meine... Sens, meine eine. Okay. Ähm... Würde, wenn es geht, auch ganz gerne mit meinem Aussehen kombinieren, wenn es gestattet ist, meine Ehrfurcht, musst du sagen. Es kommt drauf an, was du... Ja, sie steht auf. Ja, sie steht auf. Das heißt, sie will ihr Aussehen nutzen, um Ehrfurcht im Raum zu erwecken. Jetzt, unabhängig von Emanuel und Vanessa, die beiden nicht. Also, ja, was möchtest du mit der Ehrfurcht, sag ich mal, bezwecken? Ich will ihn durcheinander bringen, das, äh, sorry. Ich will ihn durcheinander bringen. Okay. Ja, kannst du ruhig dein Aussehen mit dazu nehmen. Okay. Also, sprich Charisma und dann... Ja, diesen Vorteil, den du da hast. Die Disziplin. Okay, ich darf Charisma nehmen, dann höre ich Charisma. Okay. Oh. Schon wieder eine Eins gewürfelt auf. Kai, was bedeutet nochmal die Eins beim Hangar-Success bei sowas? An sich nichts, außer du hast halt einen kritischen Triumph und dabei ist eine Eins vom, äh, ein oder mehrere Eins vom Hungerwürfel. Aber da du ja nur eine Zehn gewürfelt hast, ist das kein kritischer Triumph. Jetzt habe ich jetzt sozusagen fünf Erfolge. Ja, genau, jetzt fünf. Ja, außer du hättest nicht genug Erfolge, um, sag ich mal, den Gegner, was auch immer, nicht zu schaffen, dann wäre es auch schlecht, aber... Nee, dann hätte er eine Eins haben müssen, statt einer Zehn beim Hungerwürfel. Kann auch gut sein. Auf jeden Fall gab es das auch, ja. Du hast... Okay, und geh auf diesen Typen direkt mal zu. Ja. Ähm, ja, ähm, der steht da auch ein bisschen verwirrt, auf jeden Fall, äh, und... Ähm, ja, was, äh, was... Knieet nieder. Äh, bestimmt nicht knie ich vor euch nieder. Ihr, äh, ich bin zwar... Warum sollen wir euch dann folgen? Für etwas, für ein bisschen Blut, dass ich nicht lache. Du siehst auf jeden Fall, ähm, warte mal, das ging, für dieses Ehrfurcht ging, für die ganze... Was für eine Dauer hat das? Szene. Szene. Okay. Ähm, ja, auf, äh, nee, dann ist das nicht, äh, weil ihr hierher gekommen seid, ganz einfach, ihr seid der Einladung gefolgt, genauso wie ich damals. Es dreht sich so, Emanuel, hast du Hunger? Und grinst dabei? Viel Spaß. Das heißt... Sie hat so, Emanuel, auf, nur viel Spaß gesagt. Ja. Was Ben jetzt draus macht, ähm, weiß ich nicht. Ich... Beziehungsweise würde sich die anderen, ich weiß nicht, ob die anderen auch unter Ehrfurcht stehen? Musst du entscheiden? Doch, die stehen auch, äh, die sind auch total verwirrt, wissen nicht wirklich, was los ist. Wollt ihr jemand folgen, der sich noch nicht mal selber beweist, ob er wirklich bluten kann? Ihr seht da was, hallo, da habe ich schon Tätowierungen gesehen, die weggelasert worden sind, die besser aussehen. Äh, einer der, der Männer, ähm, aber er, er, er hat doch das Zeichen gezeigt und ich bin freiwillig hier. Und warum, als Schafzuenten, als Nahrung für den da? Nun, weil die Untermenschen haben es, wie er gesagt hat, die haben es halt nicht verdient, zu existieren. Die müssen ausgerottet werden. Und dafür müsst ihr euch bluten. Und dafür lässt er... ja. Ja, mein Bruder hat das schon gesagt, er lässt euch dafür bluten. Nun... Erwarnet euch doch selber nur wie Vieh. Wenn das der Preis dafür ist, dann bin ich bereit, den zu zahlen. Und eine Frau meint dann so, ist schon ein bisschen ungerecht, aber was, was sollen wir sonst machen? Wollt ihr sterben? Weil das, weil der Tod wird euch nur erwarten. Woher wisst ihr das? Wir sind doch die, die die Ungläubigen hinrichten. Ich habe mit genug Staatsanwälten zusammengearbeitet, die so einige Psychopathen hinter Gittern gebracht haben. Ja... 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 Ja, der Kutten-Heini denn so... Äh, der... Ähm, auf jeden... Der hat so ein richtig angestrengtes Gesicht. Äh, so, 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 schon fast schmerzverzerrtes Gesicht irgendwie auf einmal. Und kurz danach... Es ist so, als ob so dieses kurze... Ich sag mal, dieser kurze Moment, als wenn irgendwas Unbewusstes einen stechen würde. So, ich sag mal, eine Wespe sticht dich, du rechnest dich damit, dieses kurze Aufschrecken, ne? Ja, das durchläuft ihn irgendwie und dann fängt er sich total wieder, ist ganz, ja, seiner Sinne so in der Art wieder... Oh mein... Guck denn dich, äh, Alexandra an, oh... Du und... Ja, und deutet dann auf Emanuel, ihr beide habt Potenzial, ihr seid nicht so... Ihr seid nicht so wie... Der Durchschnitt. Ihr könnt es weit bei uns schaffen. Wer führt dich? Ich folge nicht blind irgendein kleinen Bastard als Kundenträger, der nur Fußvolk ist. Beruhig dich, liebe Schwester. Ist klar, dass wir hier nicht auf die... auf den richtigen Befehlsgeber stoßen. Der ist einfach scharf. Wenn wir... Schau... Schau... Mein... Freund, ich hoffe, dass du noch... unser Freund bist. Wir wollen... Wir wollen alles, was du willst, aber wir wollen mehr davon. Mehr als du hast für uns. Wo ist... Wo ist der Nächste? Wo... sind... die Goldsheimer? Wo sind die... Wo sind die, die wunderbare Musik gespielt haben? Wo... Wo kommt das Blut hergeflossen? Es fließt nicht von unten nach oben, das wissen wir beide. Ach, lass doch, jetzt wird er so richtig abfällig, so eine Art... Lass doch diese dreckigen Schweine von Band, die... Das ist nur irgendein... Das ist nur Futter oder irgendein Müll, den wir wegschmeißen. Nee. Wenn, dann müsst ihr den einzig wahren... Den habe ich aber auch noch nicht getroffen, Fragen. Von dem fließt das Blut von oben nach unten. Aber... Wenn ihr mehr wissen wollt, dann müsst ihr... Jetzt habe ich jetzt Scheiße. Dann müsst ihr zum Ferienhaus am Wald gehen. Dort. Dort bekommt ihr auf jeden Fall alle Antworten, die ihr haben wollt. Das ist doch alles, was wir... Haben wollen. Was jeder, der hergekommen ist, haben will. Antworten. Und ich drehe mich so... Irgendwie in die Runde. Ich versuche jetzt ein bisschen so den... Seinen... Seinen Platz als Prediger sozusagen... ...zu supplementieren. Ihr wollt antworten. Ihr seid hier, weil ihr verloren seid. Weil ihr nicht wisst, wohin... Mit eurem Leben, mit eurer Kraft. Ihr wisst, dass ihr sie habt. Sonst hättet ihr nicht hierher gefunden. Aber ihr müsst... Aber sie muss zu einem würdigen Zweck hin. Aber diese... Sagt dann eine Frau... Aber diese... Dreckigen, schwarzen und diese... Schweine... Diese Lammfleisch fressenden Bastarde, die... Die müssen weg. Die müssen raus hier. Dafür sind wir doch da. Um dem einen vor allemal ein Ende zu setzen. Das, was damals begonnen worden ist. Ja... Ähm... Alexandra... Kurz in... Kopf zu Emanuel... Bei Kinderfickern würde ich ihr Recht geben. Und lass ihn weiter reden. Aber die... Er furcht immer noch weiterhin aktiv. Ja. Ja. Du weißt das. Und ich zeig auf die... Auf die Frau, die jetzt gesprochen hat. Du weißt, dass du was besseres bist. Du siehst den Schund rund um dich herum. Du siehst den Schund rund um dich herum. Du willst wissen, wo der her... Äh... Nein. Ah, scheiße. Wie sag ich das? Äh... Gut... Was... Was mein Bruder meint... Er kann euch die Wahrheit zeigen. Äh... Jeder hier sieht die Wahrheit. Aber was wird jetzt getan? Der... äh... 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 Nun... Was hier nach getan werden würde. Wir gehen alle zum Ferienhaus im Wald. Damit dort die Erleuchtung... Beziehungsweise das weitere Fortgehen der Erleuchtung der großen Masse stattfinden kann. Ja. Alle. Alle, die hier sind. Alle, die hier sind und... Die aus den anderen... Äh... Anwerbungs... Büros. Ich sag doch, alle! Und wo soll dieses Ferienhaus genau sein? Habe ich doch gerade noch gelesen. Äh... Äh... Das ist ein... Äh... Rasdorf. Draußen ist das. Eine böses... Nahe draußen am Wald. Wo schön auf der Karte... Na, das steht jetzt gar nicht mehr da. Ich war mir sicher, da steht irgendwo Wehrwolf-Gebiet. Ja. Macht nix. Das... Rüstete Emanuel hier nicht, was er so wie er Wolf ist. Hehe... Oder gerichtet... Äh... Wollt ihr jetzt mitkommen? Oder wollt ihr... Noch mehr... Noch mehr... Reden. Unnützes Reden. Reden. Na, wir haben doch nicht umsonst hier... Die ganze Zeit gewartet. Natürlich kommen wir mit. Ich tippe mit dem rechten Fuß immer mal wieder so ein bisschen auf. Ungeduldig. Mhm. Ja. Nun dann... Dann hebt der... Also... Ganz theatralisch... Oder... Ganz theatralisch wirft er beide Hände irgendwie in die Luft. Und... Nun dann... Dann ist ja alles geklärt. Dann wird er sich zum Altar hin umdrehen. Äh... Geht dahin... Nimmt das... Äh... Kruzifix... Zieht das so... Zieht da so ganz klein bisschen dran. Dreht das um. Und... Dann... Ja... Wird der... Wird sich der Altar nach rechts außen. Also nach rechts in den Raum hier rein. Wie so eine Tür öffnen. Schab nicht über den Fußboden. Also sprich es scheint... Ein kleiner Spalt irgendwie zwischen Fußboden und Altar dieser Tür jetzt zu sein. Und... Dann... Hier geht's raus. Sicher geht's hier raus. Das uns auch keiner bemerkt. Und dann geht er in den Gang rein. Der sich dahinter auftut. Okay. Wenn er vorgeht... Ich würde erst mal ein paar von den... Äh... Elektro-Leuten vorgehen lassen. Die würden sonst auch, wenn ihr keine großen Anstalten macht... Jeden das zu machen würden die... Nach und nach dem Folgen... Ich würde noch kurz mit meinen Hacken ein Pfeil Richtung Kruzifix... Sagen... In den Boden ritzen. Ein... Wie bitte was? Rein ritzen? Ja, so kurz... Äh... Ein Pfeil Richtung Kruzifix. Okay... Ja, bekommst du irgendwie hin, ja. Kannst du ja nicht so ein bisschen ritzen. Dein Hacken... Sieht dadurch jetzt nicht mehr so... Ja, ich weiß. Gut aus, ne. Aber... Ähm... Ja, bekommst du hin. Denken wir, da schuldet mir jemand neue High Heels. So, ist die Frage, ob ihr dann auch in den Tunnel reingeht oder nicht? Ich würde auch folgen und würde probieren in der Nähe von... einem relativ attraktiv aussehenden... Äh... Elektro-Fritzen zu gehen und mit dem ein Gespräch anzufangen... Darüber, wie aufregend das ist jetzt und dahin zu gehen. Und den probieren so ein bisschen nebenbei zu besürzen. Okay. Ich hab Hunger. Äh... Emanuel... Geht der auch mit? Ja, ich werd... Mitgehen... Werd... In der Zwischenzeit versuchen, dass ich... Ich werd versuchen, dass ich irgendwie unauffällig bei der... Bei der Alexandra... Äh... Dass ich mit dir kurz heimlicher Wort wechseln kann. Okay. Äh... Und Alexandra geht dann denke ich mal auch mit. Naja... Die haut nur noch aus. Das steht aber nicht in der Stellenbeschreibung. Geht aber trotzdem mit. Hehehe... Gut. Ja... Dann... Würde ich hier tatsächlich jetzt auch ganz gern Schluss machen wollen. Sonst... Und dann können wir beim... Nächsten mal sonst weitermachen. Okay. Mhm. Gut... Äh... Dann... Bekommt... Jeder von euch nochmal... Ein... Erfahrungspunkt. Es geht also weiter mit der Unterrichtungspunkt... ... ... ...